Einen wunderschönen guten Abend, Freunde, der gut bürgerlich nur nach bestem Wissen und gewissen Realismus virtuell erklärenden Landwirtschaftsfamilie auf meinem Kanal. Mein Name ist Paul und mit mir heute dabei der Max. Ja, moin, hallo. Und wir haben noch keine Zuschauer. Twitchspint. Jetzt ist einer da, yeah, ey, ist ein wunderschönen guten Abend. Das ist ja mit der Anzeige, Achim ist auch da, hey. Ja, die Anzeige, die hat gesagt, null, Braven ist auch da, ich bin ein 100% echter Zuschauer, ja, jawohl, ja. Ich hoffe, du kommst jetzt gleich in Voice. Lukas Fossel, Servus. Ja, Servus. Grüezi und Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Achim 04. Boah, wir haben ja hier, wir haben ja hier, äh. Servus. Grüezi. Und Hallo. Blacktron, Naven, Kraske, moin. Löwenfuzzi, grüß. Hey, Nexon, hi. Susanne, guten Abend. Der Robert ist, oh, ja, moin. Die da, hi. Joey, hi, hi, hi. Hey, ich bin mal gespannt, was heute für Fragen von euch kommen. Heute könnt ihr wirklich Fragen stellen, ich versuche es hier zu beantworten, ich versuche es euch zu zeigen. Konntet ihr mir bis jetzt noch eine Wiederholung ansehen. Großes Lob und super Arbeit von euch. Ja, das ganze Team hat echt richtig Gas gegeben. Dabei habt ihr noch gar nicht mal so viel wirklich gesehen. Ähm, das war echt schwierig, das so ein bisschen thematisch kurz zu fassen, paar Sachen zu zeigen. Ähm, bei den Tieren ist halt das Problem, dass die Fütterung noch nicht, noch nicht komplett fertig ist. Da haben wir jetzt fünf Tage einen Fehler gesucht, ähm, weil die Ställe plötzlich weg waren und es lag an der AFA. Das ist also echt zum Schießen. Also da muss man, das wird noch lustig. Also wenn Leute da später sich ihre Sachen anpassen wollen, ähm, anstelle von 90, äh, dann in 4000 Zeilen, da wird echt viel, ähm, Support, sorry, we can't give you Support sein. Da hast du was verkackt oder so. Moin, hab direkt eine Frage, wann ist die erste Zigarettenpause? Gar nicht. Ich rauch doch schon seit Wochen nicht mehr. Ich rauch schon seit Wochen nicht mehr. Buffer, hey, moin. Vielleicht noch nicht mal alles so lassen, dass es funktioniert. Ja, genau. Timo, moin. Ach, was ist denn mein Chat hier so verhuddelt? Warum lese ich denn den letzten? Ah, so, jetzt, da. Kilago, grüß dich. Also haut einfach mal Fragen raus, die ihr habt. Jawohl, genau. Die Karte, die jetzt von, äh, von Quentin im Mod-Hub erschienen ist, die neue, das ist die, die auch Terra-Life bekommen soll. Das ist korrekt. Ich hab's mir noch gar nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Geladen hab ich sie schon, aber noch nicht angeguckt. Aber ich geh davon aus, dass sie ziemlich cool ist. Als ich so in den Vorschau-Bildern gesehen hab. Korrekt. Das ist die Karte. Kurz gut gehen. Ah. Was? Nein. Oh no. Nightcloak. Nein. Nudelholz. Der Haussegen. Dann sind die Kinder ruhig. Dora, weil der Bub, ja, moin. Ich hab ihn moin. Wenn ich mit dem Diesel-Traktor über das Trail fahre, nehmen dann die Pflanzen das CO2 auf und wachsen dadurch besser. Habt ihr das Feature verbaut? Braven, du kannst dich mal so richtig kreuz und quer am Arsch labbern, ey. Baust ein, wenn du das haben willst. Blöd, Mann, ey. Boah, ey. Dann zieh die Hose rum. Da ist er ja. Ja, komm her. Ich sitz gerade draußen, schön warm. Kannst du das Flügen zeigen mit Winterforsche, etc.? Äh... Flügen, 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 Flügen. Flügen ist Flugtextur. Goldschwebapp. Jo, den Orwind. Ah, siehst du die Verwirrung. Xeris. Der Max ist der Xeris. 997. Komm, jetzt erzähl. Warte, was steckt hinter dem Namen? Du wolltest doch erzählen, warum du... Jetzt ist er gemutet. Ich glaub's ja nicht. Alphisti, moin. AckerschnackerTV. Wat für Fragen. Moin, moin. Ja, alles. Also, äh, themenbezogen natürlich. Wie heißt die Karte, die jetzt rausgekommen ist? Ja, äh, fügen Sie hier irgendeinen französischen Namen ein. Muss doch im Mod abgucken. Die französische Karte von MA7. Hab ich nicht im Kopf, kann ich mir nicht merken. Habt ihr... Alle... Alles Tierrasten angepasst für Terra? Äh, ja, 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 ja. Ähm, wir haben hier auf der... Danke für den Subscribe, äh, Gritpin. Im zweiten Monat schon. Also, ich kann die Frage gerne beantworten. Ich hab mir die Frechheit herausgenommen, ähm, mich, ja, die Gottheit des Ackerbaus zu nennen, weil im römischen Ceres die Göttin der, ja, des Ackerbaus in Fruchtbarkeit ist. Ähm, dann hast du als Göttin mal eben einen Gott gemacht, ja? Ja, natürlich. Äh, super. Alter Falter. Moin, Servus. Äh, oh, heute spielen wir Terra Live, Schach. Echt super. Ja, genau. Heute auf der, auf der, ähm, Testmap. Auf einer unserer Testmaps, muss ich dazu sagen. Ähm, hier sind auch nicht alle Tierrasten drauf, aber ich kann euch ja mal ein bisschen was zeigen, weil die Frage kam halt total... Ach, da ist er ja, der Braven. Die Frage kam halt total oft auf, ähm, ob wir nur die Kühe, äh, gemacht haben. Und, ähm, ne, mir haben auch, äh, die Ziegen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, der Timo ist jetzt nicht da. Ich weiß nicht, ob das bei den zwei Ziegenrassen bleibt. Ich wollte auf jeden Fall die Weißen haben, weil ich die schön finde, die schön... War doch eben da? Ja, im, im Chat ist der, aber nicht im Voice. Ach so, ja. Moin. Moin. Moin, mach ihm. Äh, und beide, beide, beide Schafe, ähm, haben wir Europas. Europa, und beide Schweinsche kommen Europas. Ich weiß aber jetzt nicht, ähm, also auch hier die, 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 die Texturen von den, äh, Holstein hier zum Beispiel sind auch noch, äh, was hat er gestern gesagt? Alpha, Alpha, hast du nicht gesehen. Die Modelle sind, äh, passend. Ne, also, wie ich gestern schon sagte, die jungen Bullen mit den kleinen Säckchen, die alten Bullen mit den größeren Säckchen, die unterschiedlichen Größen von, Wagyu zu Fleckvieh zu, ähm, Rotbunt und so weiter, ist auch alles gegeben, wo konnte man da nochmal am besten sehen, wo hat man denn nochmal die, die Büllchen hatten wir doch hier alle beieinander, ne, hier, genau, ne, doch, ne, doch, ne, doch. Hier sind die Bullen. Ja, da hatten wir einen Bullenkalb dabei, ne, und dann wurden, hier ist der Wagyu, der kleine, ah ja, wenn der andere jetzt aufsteht, dann sieht man, sieht man, glaube ich, den Größenunterschied. Hier hatte ich den Kalb mit reingefuckt, damit man mal richtig sieht, wie groß die werden im Laufe der Zeit. Ja, ne, der Wagyu-Bulle, da seht ihr, dass der halt kleiner ist als die anderen. Ähm, erstmal alles fertig machen, was da ist, könnte schon sein, dass noch was mehr kommt. Ja, Fenty, moin. Ähm. Tobias Razor, moin. Äh, gibt es Unterschiede zwischen Schweine- und Rindergülle wegen Stickstoffzusammensetzung? Äh, ja, äh, wir wollen ja Stickstoffphosphokali haben, das müssen wir noch mit unserem englischen Bench kehren, das ist das, was im Moment, äh, aktuell, äh, am, am, äh, am schlimmsten ist. Favo, moin, Löwenwurzli, heute noch keine Eifel zeigen? Ne, äh, Bilko hat sich irgendwie nicht, äh, gezeigt, äh, ich hatte auch gedacht, dass irgendwas ist, aber da gibt es leichte Komplikationen zwischen, äh, 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 Google Drive und zwischen GitHub, ähm, somit, äh, keine Ahnung, vielleicht nächste Woche oder so, kann ich noch nicht sagen, kommt, kommt jetzt aufs Wochenende an, kommt drauf an, wie viel Zeit und Lust Braven hat. Äh? Ja, wenn du noch 20 Versionen von der Eifel bekommst, von, von ihm, äh, arbeitet ihr bei den Tieren mit ERS zusammen oder wird das, äh, ohne ERS sein? Nein, also, da Schüssel bei uns im Team ist, ähm, also mit ERS können wir es gar nicht. Ne, also, ne, also. Damit können wir es so sehr, dass wir sogar Schüssel gezwungen haben, dass es nicht abschalten wird. Ja. Also ERS, ERS wird gar nicht, äh, mit, mit Terralive zusammen laufen, ähm, weil die ganzen Funktionen halt alle in Terralive mit drin sind. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, die Funktionen und noch viel mehr. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich, äh, wie geht das, ne, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also da. Die von Deutschland wäre. Ja, genau. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, also die, die Sachen, äh, was ist ERS? Was ist ERS? Wo ist ERS? Was? Ich glaube, er hat, äh, er meint ERS. Ach so. Enhanced Animal System. Oder weitere Tiere. Ach, wie war die deutsche Übersetzung? Erweiteres Tiersystem. Tiersystem, sowas. Ah, Chris, du weißt es, König von Deutschland. Mir ist es nicht mehr eingefallen, aber Braven wusste es ja auch. Totale Verwirrung. Totale Verwirrung. Ja, wir haben, also, das Problem ist halt, ähm, dass wir so viele kreative Köpfe haben, dass gerade heute wieder, äh, also Achim, du bist damit einverstanden, oder was, ne? Ja. Ich fand das total klasse. Ich wusste nicht mehr, ob wir es mit Absicht verworfen hatten, weil es Probleme gibt, oder ob wir verworfen hatten, weil... Wir hatten, es war, es war nicht wegen Probleme, sondern es war wegen, äh, wir hatten gesagt, die Fütterung ist eigentlich schon kompliziert genug, dann lassen wir das jetzt im 22er weg. Ja. Und dann kam Schüssel. Dann kam Schüssel und meinte, wollen wir das nicht auch machen? Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Ja, ich fand's halt, ich fand's halt cool. Ja, aber da reden wir trotzdem noch von zwei leicht verschiedenen Dingen. Ja, ähm, was, wo? Naja, das, was Achim gemacht hat, äh, hat ja einen anderen Hintergrund, als das, was, äh, Schüssel gerade macht. Ne, Achim und ich, wir hatten auch über, ähm, Biestmilch und Kram nachgedacht. Jaja, das, äh, also wir hatten drüber nachgedacht, wie wir es umsetzen können, dass die, dass die Tiere halt, äh, nicht, ähm, dass die Kälber in den ersten Monaten, äh, ja eigentlich die Milch von ihren, äh... Ne, Monaten gar nicht mehr, also das war, das ging, also können wir ruhig offen drüber sprechen, ist ja kein Problem. Ähm, normalerweise kriegen Kälber halt, äh, in den ersten paar Wochen halt, äh, die Biestmilch, das Cholestrum, Cholestrum, ja, also die wirkliche Biestmilch, ähm, und da schüsselt ja den ganzen Kram macht mit Trockenstehen und, äh, leistungsangepasster Fütterung dann, äh, während der Trockenstehzeit und dem ganzen Kram, kam halt auf die Idee, ey, komm, lass uns doch den Kälbern dann auch richtig, äh, die Milch geben und nicht nur, wir haben es jetzt so im Prinzip, Muttermilch, hier Kalb, ein Monat alt, bekommt noch Muttermilch, Kälberheu und, wenn's dann, das ist schon älter geworden, wie viel haben wir denn gespult hier? Ich hab grad eine andere Befürchtung. Hä? Äh, wir sind bald dabei, ein anderes Feature zu zeigen, so. Wo bist du dran? Wir wollen durch das Spulen. Achso, ja, äh, 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 ne, ich, mir, ich, mir, ich, mir, ich, mir, ich, mir, mir ging's gerade eigentlich nur, mir ging's eigentlich gerade nur hier drum, also hier die, äh, in den ersten, äh, ja, warte mal, machen wir mal anders, machen wir mal anders. So, äh, Kalb, Null, Absetzer, hä? Ach, ich bin gerade woanders. Also, die, die kriegen, also in den ersten vier Wochen kriegen die halt, ähm, kriegen die halt Muttermilch und danach kriegen die Milchaustausche und das hatten wir eh schon, aber jetzt machen wir's halt, dass wir's richtig verknüpfen mit den, äh, mit den Geburtenraten und so weiter. MG94, moin, Leon, hi, TomWi0815, grüße, MX, Klima, äh, oder Klein, moin, Christoph, woraus wird das Helber, Kälberheu bestehen? Das Kälberheu, das müsst ihr selber machen. Ich steck doch im Namen. Also, komm, äh, zwei für zwei frische Kälber und die gehen dann, nee. Ähm, wir werden das... Die werden jetzt erst gewendet, ne? Genau. Nee, dann, du bist, du bist schon wieder beim Steakgrillen. Ach so. Ähm, also das wird so sein, dass ihr aus, aus jeglichem Heu könnt ihr Kälberheu machen. Da gibt's so eine kleine Challenge, da kommt so ein kleines Maschinchen, eine Reinigung, wo ihr das Heu reinpackt und da kommt dann halt das gereinigte Kälberheu raus, weil wir wollen natürlich die Lunge der Kälber nicht schon, äh, direkt schädigen und, äh, der Pansen soll natürlich wunderbar funktionieren. Also so ein kleines bisschen, ähm, als Alternative, dass ihr da was machen müsst. Die Maschinchen wird ganz lustig sein und da wir ja auch diese, ähm, Einzelballen von Palette und so weiter runternehmen können, ähm, ist das halt ganz lustig. Wir haben ja auch zum Beispiel, wenn ihr es, wenn ihr zu faul seid, könnt ihr es halt auch kaufen. Moment. Das musst du machen, guckst du hier. Und dann kannst du es halt zur Not auch kaufen. Ähm, aber billiger ist es natürlich, wenn man dann halt sein eigenes Heu nimmt und es dann selber macht. Ich weiß gar nicht, ob der Rainer mit der Maschine schon fertig ist, aber wird so gemacht. Äh, spielst du auf PC oder Controller? Gerade renne ich nur mit Tastatur und Maus rum, aber wenn ich, äh, wenn ich, äh, fahre, dann, äh, eigentlich mit, äh, Headtrack und mit Lenkrad, Pedale, Joystick. Ähm, Absetzer als Oberbegriff für Absetzer und Fresser. Ja, genau. Wir müssen es ja, wir müssen es ja ein klein bisschen, ein kleines bisschen, ähm, übersichtlicher halten. Also, wir haben ja vier verschiedene Größen, ne, für die, natürlich bin ich jetzt am weitesten Ende von den Viechern wieder weg. Ist ja klar. Robert, YouTube, danke. Also, ja, mach den aber mal aus, weil der, der ist ja laut im Stream sonst. Ähm, so, seht ihr ja hier, wir haben Kuhkalb, Absetzer, Ferse, Kuh. Das sind vier verschiedene Größen, vier verschiedene Modelle auch. Ach, ich liebe diese, ich liebe diese Viecher, ne. Äh. Was passiert, wenn ich, äh, das Ausfallgetreide nicht nochmal grubbere? Das müsste Robert gerade im Chat beantworten, weil Nightcloakie nicht da ist. Dicker Kung Fu Panda, moin. Micha, hi. Faultier Gaming, moin, äh, nabend. Komm, Bodenorganismen, wie. Ich schreib doch nicht so einen Blödsinn in den Chat. Das ist, das ist, äh, nix gut. Nee, ist so, weil, äh, nachher kommt wieder, kommt wieder der, der, äh, Deutsch-Hessen-Ding ins und stellt wieder ganz andere komische Fragen. Ich bin froh, wenn man so Fragen nicht, Mensch, was hast du denn jetzt für ein Heu geholt? Heu. Es ist wirklich nur Heu. Gehört Kreis Ost-Heulstein. Das Ausfallgetreide wächst bis zum Winter, danach passiert nichts mehr, es steht dann halt, äh, grün und fleckig auf dem Ackerraum. Äh, wie wichtig war das Reifenregelsystems, äh, das Boden, für den Boden? Ähm, das soll extrem wichtig sein, weil, wie gesagt, wir ja das, ähm, das, ähm, das, ähm, soll Compaction, ähm, die Bodenverdichtung mit drin haben. Die Bodenverdichtung ist auch eigentlich fertig, wo wir im Moment noch mit, ähm, werkeln, ist halt Stickstoff, Phosphor, Kali und die Auswirkungen auf die ganzen Zwischenfrüchte und den ganzen Kram. Ähm, wir, äh, springen im Moment so ein bisschen zwischen den Feature hin und her, weil wir haben irgendwie fünf oder sechshundert Prozent und können nur hundert Prozent rein. Äh, packen. Und dann haben Leute noch neue Ideen. Ja, und dann kommen halt so wunderbare Sachen wie, äh, Verrotten, Feuchtigkeit, Schlagmichttot und, ähm, das ist halt wirklich, ähm, ja, ist ein interessantes Thema. Ja, sicher, das ist ein interessantes Thema zum Zeigen, aber dafür müssen wir das in einer, ähm, Testkarte auch drin haben, die wir dann im Multiplayer testen können, aber wie gesagt, ich war ja fünf, sechs Monate jetzt außer Gefecht und, äh, der englische Branch hat dann da in der Zeit auch so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, nicht so viel gemacht. Ähm, und da müssen wir jetzt erstmal wieder, da muss jetzt erstmal wieder Gas in den Ofen. Wird man auch am Boden sehen, dass Bodenverdichtung vorhanden ist oder nur auf der Karte? Ne, auf dem Boden kannst du es ja nicht sehen. Wie willst du es denn sehen? Hast ja keine, hast ja keine, keine Fahrspuren in dem Sinn oder so. Du wirst es auf jeden Fall, ähm, auf der Karte sehen und siehst dann auch an den Pflanzen und so weiter. Ähm, ja, alles gut, Gesundheit geht vor und schön aus. Ja, ja, eben, nee, das war halt einfach, ne, wie gesagt, das ist ja auch, äh, es ist ja auch echt ein, ein Hobby nur von uns und ich bin halt sehr, 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 sehr stolz auf das Team, weil das, was wir, ähm, jetzt geschafft haben in der kurzen Zeit, also A, ein neues Team, sich zusammenzufinden, so unglaublich harmonisch miteinander zu arbeiten. Jeder hat eigene Mods, die, ähm, aber vom ganzen Team unterstützt werden, also das halt, ähm, wie, wie Schüssel jetzt mit dem, mit dem, äh, erweiterbaren Weidesystem, als er die Idee hatte, da war dann halt auch das ganze Team, äh, dahinter und, und, äh, um zu helfen und zu machen und zu tun. Das macht halt richtig Spaß, ähm, also, ähm, ich hoffe ja, dass Giants diesen, dieses Jahr, äh, keinen neuen LS bringt, sondern erst nächstes Jahr, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, den ganzen Sachen auszunutzen, aber, äh, ich kann nur sagen, erzieht euch warm an, wenn der Nächste kommt. Ja, Dieter, was, äh, Braven sagt. Ähm, äh, Blackthorn, das klingt, das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen übel, da hat jetzt letztens einer geschrieben, ähm, ja, was soll denn der Kleinkrieg, äh, mit, mit wegen der OSK und so, ne, also, es sind nicht ausgesuchte Maps in dem Sinne, sondern, ähm, wir haben halt, ähm, wir haben halt eine Arschvoll Arbeit in den ganzen Kram reingesteckt und die Leute, die halt mit uns, äh, schon länger zusammenarbeiten, wo wir halt wissen, dass, dass die Partnerschaft nicht nur ein Nehmen ist, also nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern, dass man wirklich miteinander arbeitet, ähm, die bekommen halt, ähm, auch das in ihre Karte, weil die halt auch mehr oder weniger involviert sind von, von, von Anfang an. Ähm, das heißt, ähm, ähm, da ist zum Beispiel, ähm, Jogi ist dabei, da ist Agrario dabei mit der Landersum und da ist halt auch Quentin MA7, äh, Farmer mit dabei, da ist Kastor mit dabei, der schon total zur Familie gehört und, und sehr viel mit dabei gemacht hat. Und, ähm, wir können das halt, wir, wir müssen es halt unter Kontrolle halten, es muss halt ein geschlossenes Ecosystem sein, damit wir halt dann auch die entsprechenden Updates und alles machen können. Wenn ihr es nachher seht, wenn Terra live released ist, dann, dann versteht ihr auch, warum das ein geschlossenes System ist. Na, und, ähm, also, es, es gab, ähm, es gab, also, kann ich ja auch mal gerade sagen, also, äh, weil das jetzt auch öfter gefragt worden ist wegen der OSK, ähm, es ist nicht so, dass ich gesagt hab, die OSK bekommt kein Terra live oder so, sondern, wir haben halt, die erste Version der OSK, haben wir angefangen, ähm, die Früchte einzubauen, Feature einzubauen, schon von, 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 von Terra live. Da haben wir die Alpha Streams drauf gemacht, haben die Karte ziemlich gehypt und auch ziemlich gepusht und, dann, äh, ja, wir haben halt drauf gespielt und wenn man sieht, dass ein Team drauf spielt, dann muss es ja fertig sein, dann kann man es ja releasen, ne. Und das war halt so der, der, ähm, wie sagt man, der Approach, äh, an mich, dass, dass Takers meint, ja, können wir doch damit releasen und so, dann hab ich gesagt, äh, erst mal machen wir Terra live fertig und dann, fertig heißt, es kommt dann mit unseren Karten, ach so, die Alpenflare kommt auch von Ada damit, ähm, kommt halt erst mal die Holzer, die Eifel und die Alpenflare, die Thüringer, das sind die vier Karten, die damit erst mal auf den Mod Hub kommen, dann, das muss ja erst mal getestet werden auf den Mod Hub und dann warten wir erst mal ab, was dann für Bugs kommen und dann, wenn das fertig ist und sicher ist, dann können andere Karten damit ausgestattet werden. Und das war ihm halt zu, zu spät, zu lang und da hat er gesagt, ja, dann will ich kein Terra live. Also so rum war das, ne. Deshalb ist, da ist auch kein Beef oder so, ich bin auch nicht böse drum, ich kann das voll verstehen, ähm, allein schon aus dem 19er mit den 150 Update Karten, die ich da gemacht hab, mit, mit der BGO zusammen, ähm, mit der Horse Extension einbauen, und da weiß ich halt, wie ungeduldig Leute sein können und dass die dann auch schon mal ein bisschen fickrig werden und so, ähm, ja, ist halt so. Bin ich nicht, bin ich nicht böse drum oder so, ich kann ja nur sagen, Pech ja ab. User, moin, heumil, schade, moin, 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 moin. Sag mal, Achim. Ja. Wie ist das eigentlich bei dir so im Moment, äh, wie ist so deine Kommunikation mit Mod Hub? Meine Kommunikation mit Mod Hub? Ja. Funktioniert die, oder? Schleppend und manchmal mir recht unverständlich. Okay. Ne, also jetzt zum Beispiel aktuell von heute, habe ich, äh, Rückmeldung bekommen für den Autoload für Straw Harvest. Ja. Ähm, da haben sie mir höflich geschrieben, dass ich doch bitte warten soll mit dem Autoload, also das, ne, weil, ne, bis, äh, bis da der erste Patch raus ist, nicht, dass sich der Patch mit den in meinem Autoload enthaltenen, ähm, Fixes, ähm, für das Straw Harvest, ähm, nicht, dass es da Probleme gibt. Ja, aber wenn was ist, du hast doch super schnell einen Hotfix gemacht, also ist doch besser jetzt vernünftig... Ja, das, das habe ich denen dann auch geschrieben. Ja, okay. Also, ich habe gesagt, okay, wenn jetzt nächste Woche, äh, äh, Straw Harvest Patch kommt, ne, dann wäre das okay, dann kann man gerne warten, da habe ich dann kein Problem mit. Naja, ich meine, wir warten, wir warten jetzt sieben Monate auf den, auf den Patch für, für, ne, also sieben Monate. Ja, aber wenn ich jetzt, ne, aber ich habe einfach mal höchst. Sieben, sechs, fünf, fünf, Entschuldigung. Ich habe einfach mal höflich gebeten, ne, also wenn der Patch nicht nächste Woche kommt, dann möchten sie doch bitte, ähm, das Autoload, äh, den Autoload-Mod veröffentlichen, weil, im Gegensatz zu anderen Moddern, die seit Patch 1.4, ähm, ja, defekte Mods im Mod-Hub haben und die auf dem Mod-Hub noch zu... Entschuldigung, äh, Entschuldigung, äh, anders formuliert, ähm, nicht in der Lage sind, diese Mods dann auch mal zu entfernen und, äh, ne, der Support für diese Mods dann immer an mir hängen bleibt. Und wahrscheinlich auch noch an vielen anderen, die sich, äh, die so dumm sind, äh, solche Sachen dann zu supporten. Ähm, ja, ich finde das eigentlich, ich finde das schade, ne? Ja, und mein, äh, mein, mein MKS mit dem Manual System, ne, der ja ein Original-Giants-Modell ist. Ja, aber da hast du doch, hast du doch aber auch noch umgebaut und hast doch da den ganzen Kram dran gemacht hier, dass du die, die Halterung für die Schläuche und den ganzen Scheiß, hast du alles dran gebaut. Richtig, und das, ne, also ich hab das ganze Ding in Blender überführt, das war, das war eine Heidenarbeit. Ja. Ne, also du kriegst ja, du kannst ja nicht einfach so irgendwas, äh, irgendwas exportieren, das geht ja nicht. Also, gibt ja keine Exportfunktion, dass du sagen kannst, ich exportiere jetzt mal was in Blender, das ist ja eine Funktion, die immer noch fehlt, ich kann keine Maches exportieren, ich kann keine, äh, die, 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 äh, ganzen Texturen, muss ich alles neu zuordnen, ich muss, äh, die Second-U-Vide. Also, also du hast, du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall was dran gemacht, äh, einiges dran gemacht. Genau, ne, okay. Weil ich muss aber nur gerade, ich will nur gerade eine Frage beantworten. Was passiert alles im Grünland? Wird die Pflege auch so umfangreich wie bei den Ackerkulturen? Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Weil, äh, das Grünland wird jetzt, ähm, mehr oder weniger nicht mehr das stiefkindliche Behandlungs, äh, Gedönse haben, sondern ihr habt im Grünland, habt ihr halt eine Winterruhe. Das heißt, ihr habt, ähm, auch Gras stehen auf dem Grünland im Winter. Ähm, aber halt so, wie es im Real Life ist, halt nicht, nicht ganz so lang, sondern es, man sieht's halt, ja, das ist, dass es, ähm, das Gras drauf ist. Also ungefähr so wie hier, das, das hier ist, ähm, im Prinzip so Vorgartengras, aber so in der Art seht ihr dann halt auch im Winter, dass ihr Gras habt, ne? Und das könnt ihr dann im Frühjahr, könnt ihr es striegeln, ihr könnt es walzen, jeweils unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Eigenschaften. Beim Stiegeln habt ihr, ähm, nach einer Woche schon, äh, dass das Wachstum einsetzt für die, für die erste Wachstumsstufe. Ähm, und beim Walzen, glaube ich, nach zwei Wochen oder andersrum. Ihr habt zwei Wochen früher beim Stiegeln die erste Wachstumsstufe und eine Woche früher beim Walzen. Schlagt mich drum, ich weiß es jetzt nicht genau, aber irgendwie sowas, da habt ihr den Vorteil. Und ihr könnt, müsst ihr mal gucken, habe ich auf der OSK schon mal gezeigt, den Unterschied zwischen Walzen und Stiegeln. Bei Stiegeln stellt ihr das Gras auf, bei Walzen drückt ihr es tatsächlich an, äh, das könnt ihr halt wirklich auch sehen. Ähm, ja, Bodenverdichtung halt mit dem, mit dem, äh, Grasland-Subseuler, ne? Das ist ja, Stiegeln startet früher. Ja, ja, genau, startet früher, das, das war mir klar, aber ich weiß nicht, ich wusste nicht mehr, äh, wie rum das jetzt war, war. Ähm, das, was man auch, was ich zeigen könnte gerade, ist halt, wir haben, wir haben ja auch ganz andere, ähm, beim Striegeln werden die Reste ausgestrahlt, ja, ja, genau. Warte. Wir haben ja auch ganz andere, ähm, Texturen und Stoppeln beim, ähm, beim Mähen und beim Mulchen und so weiter. Raven, kannst du mal gerade hier vorne mit einem, mit einem, äh, Traktor mit, oder einfach mit, mit, äh, mit einem Big M von mir aus, gerade mal hier so eine Bahn, Main, kannst du einfach Mitte Schwad legen? Ähm, gibt es Maulwurf-Schäden? Ähm, wir, wir hatten eigentlich vor, dass wir Wildschwein-Schäden machen wollten über den Winter. Ich weiß aber nicht, ob das Feature reinkommt oder nicht, das müssen wir mal abwarten. Das, ähm, müssen wir in einem späteren, zu einem späteren Zeitraum müssen wir euch das mal zeigen oder nochmal drüber sprechen. Ja, wir benutzen Easy Dev, ähm, die 1, nicht böse gemeint, aber wie soll jemand sowas spielen, wenn er eine 40-Stunden-Woche hat, Frauen, zwei Kinds, äh, Plus schaffe ich ja schon so gar nicht. Da frage ich mich, äh, für was soll der Mod sein? Also erstmal geht's uns da drum, ähm, erstmal, erstmal geht's da drum, ähm, dass wir halt so realistisch wie möglich ist machen wollen und gucken wollen, wie viel Feature kriegen wir rein. Das ist ja ein Mod, der kostet nichts, wir machen das in unserer Freizeit und du kannst entscheiden, ob du damit spielen möchtest oder nicht. Wir möchten einfach zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, an Feature. Ich bin zum Beispiel seit Jahrzehnten Landwirt, ich möchte es halt gern realistischer haben. Es gibt Leute, die machen Let's Plays, die möchten es realistischer haben. Es gibt Leute, die möchten es akkadiger haben, die brauchen es nicht spielen, die können weiter meist Plus spielen, ne. Also, das ist einfach, das ist halt einfach, ähm, wie man es spielen möchte. Wurde Nachsaat berücksichtigt, ja. Gibt es dann auch eine extra Gründüngung, äh, Grünlanddünger, so in Richtung Jahrerstarter fürs Frühjahr. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Dünger, äh, nachher hin, hinbiegen. Was ich jetzt aber gerade mal zeigen wollte, ist, hier haben wir jetzt die gemähten Stoppeln. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ja, das ist, wenn es gemäht ist. Könnt ihr das erkennen? Schreibt mal gerade, ob ihr es erkennen könnt oder nicht. Fenty Grasnamenbelüftung, das ist ja kein Gartenbausimulator. So, und das ist jetzt, wenn ihr das jetzt mulcht, ich hoffe, man kann, boah, das ist schwer zu sehen hier bei mir schon. Ich hoffe, man kann das sehen, dass das unterschiedlich hohe Stoppeln sind. Ich weiß nicht, ob man das so von der anderen Seite Licht besser sehen kann. Könnt ihr das erkennen? Mach nicht mal erstmal die Mühle aus. Also, wir haben auch unterschiedliche, wir haben auch unterschiedliche Stoppelhöhen. Und beim Mähen, man sollte auch den Unterschied sehen, dass beim Mähen der Untergrund ein bisschen grüner ist, als beim Mulchen. Weil beim Mulchen im Prinzip das Grünzeug ja zwischen die Stoppeln fällt. Sollte man eigentlich erkennen können. So, dann habt ihr halt, dann habt ihr halt jetzt das, das mit dem Striegeln und das mit dem Walzen im Frühjahr. Das heißt, ihr habt so viele unterschiedliche Variationen. Das heißt, ihr seht immer jeden Arbeitsschritt. Es ist nicht nur, dass ihr es auf der Karte dann seht, sondern ihr seht auch, wenn ihr drüber gefahren seid. Es ist halt wirklich sehr spannend. Bringt ihr auch im 25er wieder meist bloß. Ich hoffe erstmal, dass kein 25er kommt, sondern dass es ein 26er wird. Und müssen wir mal schauen, was dann überhaupt noch nötig ist. Weil meist bloß ist ja sehr, sehr abgespeckt und sehr, sehr einfach. Vielleicht kommen wir davon auch so. Wenn man nach der Benennung von anderen Spielen geht, kommt als nächstes der ALS Chapter 2 oder sowas. Chapter 2 Season 1. Ich hoffe ja wirklich, es sind so viele Sachen, die jetzt noch kommen und so viele Sachen, die jetzt draußen sind. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob hier auf der Testkarte das mit dem Striegeln und Walzen funktioniert. Wir können es gerne mal probieren. Aber es ist halt, das hier ist eigentlich der Ackerbau-Server. Wir gucken einfach mal. Im Zweifelsfall grätscht Robert jetzt rein und sagt, nein. Ich habe mal gerade den Kontostand erhöht. War der schon wieder so runter? Unter 100.000. Sicher? Jetzt haben wir 564 Millionen. Ja. Ja, aber 564 Millionen. Das sind zwei Punkte. Also wenn wir 100 Millionen hatten, dann ist es egal. Geld hat man nie genug. Jetzt besser. Nein. Egal. Hi, zusammen. Sorry. Ihr habt das bestimmt schon, warte, jetzt ist genau hier, was? Ihr habt das, ist das angepinnt? Ihr habt das bestimmt schon 30 Mal beantwortet in den letzten Tagen, aber es ist immer noch angedacht, TerraLive ausschließlich auf Maps verbaut zu veröffentlichen. Falls ja. Es geht nicht, du kannst, also es ist, weder global noch anders können wir TerraLive releasen als mit den Maps zusammen, weil die Maps werden in TerraLive eingebaut. Die Maps haben nachher, keine Ahnung, wir hatten jetzt schon Karten, die hatten nur noch 100 MB, weil der Rest alles sonst von TerraLive ausgesteuert wird. Ich denke mal, Karten, die sehr viele eigene Modelle mitbringen oder so, könnte ein bisschen größer sein, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und warum wir das machen, ist vor allem, klar, wäre es schöner, das später mal irgendwie als globalen Mod zu machen oder so, aber man muss halt anfangen. Und wenn wir jetzt uns schon darauf beschränken, so viel global wie möglich zu machen, dann kommt halt sowas raus wie Mais Plus, weil dann bist du einfach limitiert. Dann kannst du das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Und so haben wir halt alles in der Hand und so können wir halt zeigen, was man machen könnte. Ja, und wenn wir das gemacht haben, im 22er sozusagen den PC ausgemaxt haben, dann können wir gucken für den nächsten LS, ob wir davon Sachen globalisieren können, ob gegebenenfalls Giants was in der Engine ändern kann, dass man viele Sachen über XML lösen kann, zum Beispiel oder so. Bojub Moin. Also nicht unbedingt der, wie hieß er noch, der Lars hatte im Interview mit, wie hieß Mod-25 geben wird oder nicht, hatte er in diesem Interview gesagt. Und zwar, wenn es einen Mod-Contest gibt, dann kommt kein Seasons-Pass mehr, hatte er gesagt. Und er hat gesagt, wenn es einen Seasons-Pass gibt, gibt es danach, dann gibt es den neuen LS erst später. So, inwieweit das zutreffend ist, weil er darf ja auch nur das erzählen, was man ihm sagt, dass er erzählen darf. Aber das war auf der letzten Farm-Contest. So, jetzt gab es keinen Mod-Contest und jetzt gab es auch keinen Seasons-Pass 3. Also, stehen wir wieder am Anfang und wissen nicht, was kommt. TerraLife ab in den Seasons-Pass. Ja, ähm, schauen wir mal. Der ist billiger, also müsste das der sein. Ich hatte ihn nämlich schon einmal gekauft. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und jetzt, na, natürlich habe ich den anderen verkauft, ist ja klar. Ähm. Müssen wir einfach mal, müssen wir einfach mal schauen, was, was so geht. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal, äh, jetzt erstmal versuchen, dass wir halt das Maximum machen können. Übrigens, hier könnt ihr sehen, wie es aussieht, wenn man das Unkraut striegelt. Also, wer das mitbekommen hat, das Säen von der Gerste, äh, von der Direktsaat in die Gerste, ähm, wo das Unkraut jetzt hier kam, das hier ist gestriegelt. Ja, also ihr könnt, das Unkraut könnt ihr natürlich auch behandeln, mit dem Striegel. Ähm, wirkt sich die Fruchtzerstörung nur auf die eigenen Felder aus oder beim Nachbarn auch? Ehrlich gesagt, das steht noch nicht fest. Und zwar geht's nicht nur um die Fruchtzerstörung, sondern, ähm, wir sind da auch mit bei der Bodenverdichtung. Bei dem ganzen anderen Kram ist halt die Frage, ob man, ob man das grundsätzlich macht für die Map. Ja, dass man, dass man die Map, ähm, jetzt damit, also, dass du grundsätzlich immer verdichtest und machst und tust. Ähm, und so ist es mit der Fruchtzerstörung auch so. Wir sind uns da noch nicht einig. Wir wissen es noch nicht genau, wie wir es machen. Ganz ehrlich, wir wissen es, wir wissen es, wir wissen es noch nicht, wie man es, äh, das machen könntest. Du mal das Feld hier. Auf, ja, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt mit der, äh, Robert wird mich jetzt killen, ey, wenn, wenn, weil das jetzt mit dem Kalender wahrscheinlich dann nicht passt. Auf, äh, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was Winterruhe ist. Boah. Warte mal, lass mich mal gerade, lass mich mal gerade hier gucken, mal gerade. Äh. Robert. Sag mich mal gerade hier, was, was von mir aus, äh, wie sie, wie sie, Winter, Winterruhe ist. Robert. Robert. Eckart, komm du. Fang doch mal von hinten an. Ai, 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 ai. Fang mal von hinten an. Abgeerntet. Von dort verfault. Hernte reif. Gucken wir mal. Oh, das sieht gut aus. Glaub ich. Das sieht doch, das sieht doch topi aus hier. Glaub ich. Du bist ein Magier. Ganz müdes Gras aufheben. Hm, Grasmüde, Gras schlafen. Fantastisch. Was, wer will hier wen, wo wir da irgendwas killen? Aber du hast doch gesagt, der Robert wird sich killen. Ja, er ist der Einzige, der das darf. Ach, ey, wir müssen noch einen Attentäter zurückrufen. Naja, das machen wir ja nicht selber. Wir haben ja nur einen geschickt. Das ist ja was anderes. Wir dürfen es halt nur nicht selbst machen. Ja. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob das alles denn so seine Richtigkeit hat. Also, gestriegeltes Gras, ne, früher. Ihr striegelt euer Gras. Ihr zieht hier das alte, vermooste Zeug mit raus. Das liegt dann hier dazwischen. Das verrottet dann schön. Ihr gebt der Grasnarbe hier ein bisschen Luft. Deshalb steht das Gras hier auch etwas dünner. Ne? So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Kann man das erkennen oder kann man nicht erkennen? Kann man erkennen, dass das Gras hier platter liegt? Ich hoffe, man kann es erkennen. Sagt einfach ja, man kann es erkennen. So, das heißt, ihr könnt euch halt entscheiden im Frühjahr, ob ihr striegelt und gegebenenfalls ein bisschen nachsäht oder ob ihr halt walzt. Das eine, also der Striegel, beim Striegeln habt ihr zwei Wochen früher, die erste Wachstumsphase und beim, oder das Beschleunigungsum zwei Wochen und beim Walzen um eine Woche. Ne? Also, ihr habt da auch so einen kleinen Vorteil. Fahr da mal was Gestriegelte. Ich glaube nicht, dass man das Gestriegelte walzen kann. Das wäre jetzt, das wäre jetzt ziemlich, wäre jetzt ziemlich doof. Weil wäre jetzt so einfach. Ihr seht übrigens auch die Düngestufe da, ne? Könnt ihr ja hier so ein bisschen erkennen, ne? Dass das auch was... Das geht ja nicht, das geht nicht, dass man das Gestriegelte walzt, weil das wäre zu realistisch. Das ist ja... Oh, scheiße, das geht ja doch. Was ist das denn? Oh, Mann, ey. Ah, kannst du wieder kein... Nein, da muss ich ja demnächst striegeln und walzen. Boah, das geht ja gar nicht, ey, weißt du? Dann mache ich ja weder das eine noch das andere, weil nichts was bringt. Ey, die schmecken am besten, wenn man sie leicht andünstet. Dann haben wir beide Seiten kurz anbraten. 130 Grad im Oben. Ey, ich bin schon vorher, wenn du mich von beiden Seiten andünstest, bin ich schon tot, ey. Ein Psycho-Bäcker-Nabend. Ja, ich wusste, dass das geht, Robert. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist ja das Coole. Du kannst halt das Striegeln zuerst zeigen und dann mit der Walze. Das ging sogar auf der OSK schon. Aber du kriegst da nicht drei Wochen früher den ersten Wachstum. Ja, Micha, mein Ofen ist groß genug. Also geh mal bei deiner Frau in die Bäckerei, in die Konditorei. Ja, ja, richtig. Da können wir zur Not auch die eine Hälfte aufhängen zum Frischhalten. Also ihr seht halt, dass ihr halt wirklich seht, was ihr tut auf dem Grünland. Ja, das ist halt schon mal der große Vorteil. Warte mal, jetzt könnten wir ja hier eigentlich nochmal... Wo ist er denn? Äh, ja, mähen kannst du nicht. Aber da ist er... Wo habe ich denn den Mulch eingestellt? Hier stand, da steht er doch. Ich stehe doch direkt daneben. Ich steppe, ey. Machen wir das auch noch hier direkt. Direkt mal hier zum Vergleich daneben. Damit ihr das auch noch seht. Und so sieht es aus, wenn ihr das Grünland mulcht. Dann habt ihr halt auch den Kram dazwischen. Und wenn ihr jetzt ganz böse seid... Ach ja, Stoppelzerstörung habt ihr ja, ne? Unsere 3.0. Aber, naja, das seht ihr eh später dann. Ich muss doch im Sommer wieder mal zu Robert essen. Auf jeden Fall. So, natürlich haben wir hier... Wenn ihr das Gras umbrecht... Ist jetzt leider bei dem Shader wahrscheinlich nicht ganz so toll zu sehen. Aber das ist kein Strohgelb. Das ist grün. Schon leicht so ein bisschen verblüchenes Grün. Also wir haben halt auch die grünen... grünen Stoppeln, grünen... grünen, äh... Boah... Schockt... Schockt... Schockt beschreiben ohne Shader. Ganz einfach. Ich will das jetzt mal zeigen. Shader. Genau. Zeig mal die Gugelbärchen-Grafik. Und dann ist... So. Wenn sie danach wieder ausmachen. Äh, ne? Genau. Da könnt ihr... Farbe! Grell, 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 blühte Enzian. Nicht nur im LS. Nicht nur im LS. Lalalalalalalala. Florek, Agra, die Kopfschmerzen sind nicht beim Machen gekommen. Die Kopfschmerzen sind beim Fehlersuchen. Echt? Äh... Ich weiß nicht. Die letzten Tage konnte ich ein gutes Liedchen drüber singen. Oh... Boah, ist das hell. Sag mich mal, als ich mir so einige Features durch den Kopf abgehen lassen. Kann man Gras direkt pflügen? Äh... Ja. Man kann alles pflügen. Wir haben... Farbe Manuel, nabend, Agrafin, nabend, Psycho-Bäcker, Dankeschön für den Resub im 13. Monat. Äh... Ähm... Das nicht... Werden wir auch nicht mit reinpacken, was wir im 19er, eben Alpha Terra Life hatten. Datemodelle ich ja das ja gemacht, dass man, ähm, gewisse Pflanz, äh, bei gewissen Wuchshöhen mit Grubber und mit Flug, äh, dass das verstopfte und so. Das haben wir alles rausgelassen. Das ist... Wir haben... Für diese zwei Feature haben wir, glaube ich, gefühlt 40 andere. Ähm... Alles klar, viel Spaß, äh, guten Hunger, äh, Köschepapp. Ähm... Wir haben halt echt... Echt ein Problem, also... Die Jacke ist eng, wo wir das hier reinpacken müssen. Werden all diese verschiedenen Früchte und Feldzustände auf der Karte farblich dargestellt werden? Ja. Feldfrüchte, siehst du ja, haben alle... Haben alle unterschiedliche... Unterschiedliche Farben. Gandalf, hey... Will Terra Life appear on Giant's Testing List, or should, äh, I stop expecting daily? Oh, you can stop expecting daily anyways. But it won't, it won't appear on the, on the Testing List, no. I, 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 I will not, I, I cannot stand, I couldn't stand what, what happened, if, if there would be Terra Life Plus in the, in the Testing List, no, 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 no. So, I'm still right out of the hospital, I don't wanna go back in there, dead soon. Was macht das Update von Giants? Ja? Zumal ja auch nicht nur ein Teil von Terra Life dann in der Testing Liste wäre. Nö, die haben ja dann ungefähr, keine Ahnung, 5 oder 6 Gigabyte haben die ja zu testen, die ganzen Maps, die ganzen, das ist ja... Gehen euch für die ganzen Zustände nicht die Farben im sichtbaren Spektrum aus? Das ist egal, wenn einer keinen Unterschied erkennt, dann sagen wir einfach, du kannst dieses Spektrum nicht sehen. Das ist doch ganz einfach, man muss sich da nur schön reden. Markus, wegen dem Giants Update, nee, noch gar nichts gehört, keine Ahnung, also, soweit wie ich weiß, weiß auch noch kein anderes, größeres Modding Team, was extremst betroffen ist von dem Patch und sehnlichst drauf wartet, was und wann und wie und ob und wann was kommt. Geplant war Quartal 1, 24, das Quartal 1 endete März, ähm, da Giants auch nur Menschen sind, kann denen halt auch was dazwischen gekommen sein, ne, ist halt so, passiert, äh, aber ich denke ziemlich so, nicht kommt da ein, ein, ein Patch. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal. Dann können wir auch wieder... Paul? Ja? Ich hoffe, die haben bei Giants jetzt nicht angefangen zu rechnen, wie sie das im LS tun. Der erste Monat ist März. Dann haben wir März, April, Mai wäre das erste Quartal im LS. Vergiss den Gedanken direkt wieder. Ich bin gleich wieder für Sie da. Which will be the first map to have Terra live? Uh, there will be at least three or four maps, um, the Holzer map, Eiffel map, Alpenflare, and, uh, the somewhere in Turinga from Castor. And, ähm, maybe even one more, because, äh, from MA7, from Quentin, äh, the new map, the, I don't know the name, äh, that, that came yesterday in, in Mottab. Und, ähm, fährt der Anzeigenhauptmeister durch die Terra live Maps? Wer? Sei froh, dass du nicht kennst. Äh, was ist mit Bergisch Land? Bergisch Land, äh, hatten wir gesagt, kommt diesen LS nicht, wenn der LS dieses Jahr der neue kommt, weil, äh, Ludi hat die Holzer noch nicht ganz fertig. Und, ähm, Ludi möchte auch gerne mal spielen und, und, ja, so eine, so eine Karte, ähm, ist halt nicht, also klar, so für die Insta-Porner, ne, die machen einen Convert in drei Wochen, aber das ist halt nicht die Art, wie Ludi, äh, das macht. Yes, äh, Pelagni. Pelagni, 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 this one, yes. Okay. Ähm, so, warte mal, äh, NSA-Quickie, muss Gras wieder liegen bleiben, damit es trocknet, äh, wie im 19er-Season, oder bleibt es bei der Mais-Plus-Loyante mit dem Wender? Ähm, ich würde sagen, wir hatten, wir hatten vor dem Break, also hatten wir noch überlegt, ob wir das mit dem Feuchtigkeitssystem machen sollen, wollen. Ähm, aber wie gesagt, dann kamen halt fünf Monate, sechs Monate Auszeitpause und, ähm, da das ganze Zeug, ähm, der englische Branch ist, äh, hat es da ein bisschen stagniert, weil die sich halt erstmal auf das, ähm, soil-Compaction und so konzentriert haben. Ähm, ich würde behaupten, dass es nicht kommt, dass wir das Feuchtigkeitssystem von Seasons aus dem 19er so nicht nehmen, nicht übernehmen, ähm, weil wir auch ein bisschen knapsen an der Performance, ähm, das hat sich eigentlich jetzt ganz gut etabliert mit dem, mit dem, mit dem Wenden und so, ähm, und, äh, für die geraume Zeit, für die kurze, kurze Zeit, ähm, denke ich mal, machen wir es erstmal so. Äh, äh, Landerson soll auch Terralive bekommen, ja, eigentlich sind Agrario und ich, äh, uns einig, aber wie gesagt, wir haben jetzt halt fünf, sechs Monate haben wir verloren, wir müssen jetzt erstmal wieder in den Fluss kommen und erstmal gucken, was jetzt geht. Wir, wie gesagt, geplant ist, Hardcore-Release-Termin ist geplant vor der Farmcon, das wird schon mega heftig, ähm, und wenn, dann wird der Release-Termin, äh, auf jeden Fall wichtiger sein, als die Feature, die reinkommen. Ähm, wenn wir halt dann Feature nicht fertig haben oder nicht, dann bleiben die halt draußen. Wir wissen, dass wir es können und, äh, das kommt dann halt entweder für den nächsten oder wenn Giants halt, äh, wirklich, äh, so vernünftig ist und halt, äh, noch drei, vier DLCs macht und den LS dann, den neuen LS dann ein Jahr später macht, ähm, dann, äh, können wir auch noch ein bisschen was machen. What was it about Landerson? Landerson will get the, ähm, äh, the Terralive 2. He's kind of a partner. Kind of. Where have you been yesterday, Gandalf? Yesterday was the English stream. Darf ich noch was Lagergetreide sehen? Das ist so schön. Ja, klar, hier, ich habe, äh, 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 gehen wir auf, äh, machen wir dir hier platt. Ah, Raven, du bist doch hier so der Expert. Komm, komm, komm. Kannst du, kannst du hier auf dem, hier auf dem Stück nochmal, ähm, äh, mal so, äh, Winter, Wintergerste von, vom ersten bis zum letzten Wachstum einfach mal so durchfluddeln lassen? Ich glaube, Wachstumstufe. Wirklich vom ersten oder lieber wieder so Stufe acht? Nee, zwölf oder was das war, ne? Die erste, also die erste, die erste Keimstufe. Wintergerste. Ja. Mach nicht zu schnell, dass, ich komme das an meinem Updaten nicht hinterher hier. Das ist, ähm, das Niedergefahrene im Hohn. Also wenn ihr jetzt hier reinfahrt. Äh, 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 äh. Äh, äh. Hm? Nee, gut, alles gut. Ich habe die letzten drei wieder umgedreht. Ja, ja, nee, alles gut, hat gerade gepasst. Äh. Nee, falls ihr noch Tester braucht, bevor ihr final alles raushaut, könnt ihr euch gerne melden. Also wir sind 25 Leute im Team, äh, und wir haben Ada als Partner und wir haben die Agrarasse, ähm, als Freunde. Also wir sind eigentlich gut dabei. Äh, 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 äh. Hä? Äh, habe ich jetzt irgendwas irgendwo? Achso, da ist es doch ganz doof gefragt, was ist Lagergetreide, genau. Genau, du siehst hier, dass, dass das Getreide sich hinlegt. Das kann halt sein, wenn, wenn, wenn du, äh, wenn du zu viel Stickstoff gedüngt hast, wenn es zu feucht war, wenn es dann halt zu schwache Zellwände hat und dann zu oben zu schwer und dann einfach umfällt. Und wir haben das halt so gemacht, dass, dass ihr drei Wochen ernten könnt. Erste Woche maximal, äh, äh, erste Woche den höchsten Ertrag, zweite Woche etwas weniger, dritte Woche habt ihr dann hier das Lagergetreide und, äh, das ist ja auch so. Erste Woche? Nee, das ist aber noch nicht, das ist nicht reif, das ist nicht erntereif. Das ist erntereif. Entschuldigung. Zweite Woche ernten. Was ist mit uns Assen? Ja, äh, wegen, wenn, äh, Test benötigt wird. Dritte Woche ernten. Und verpennen. Verrottet. Ähm. Das heißt, man hat derbe Ernteausfälle. Naja, nur wenn du nicht in die Pötte kommst. Lila Kuh, wir haben das Wachstumssystem so geändert, dass du mit mindestens vier Tagen pro Monat spielen musst. Oder einem Vierfachen von vier. Wir haben 48 Wochen jetzt in den zwölf Monaten. Das heißt, ihr könnt hier, ähm, seht ihr ja hier, zweite Woche April, dritte Woche April, vierte Woche April, erste Woche Mai, zweite Woche Mai, dritte Woche Mai, vierte Woche Mai. Also ich muss das kurz korrigieren, denn man kann Getreide mehr als drei Wochen ernten. Aber Lagergetreide kommt immer kurz vor dem Verrotten. Ja, das stimmt, das ist was, das habe ich auch, ähm, habe ich auch hier, wir haben ja ein Fenster, wir haben ja ein Fenster von sechs Wochen und innerhalb davon, das hatte ich dem Daniel auch falsch gesagt, fällt mir gerade ein. Christoph, Dankeschön für deinen Resub im zweiten Monat, äh, falls, falls, falls Daniel gerade zuhört, zufällig, äh, ne, also ihr habt ja, ihr habt ja trotzdem mehr. Oder, oder, äh, Waffa, kannst du mal einen Screenshot machen und kannst es dem Daniel mal schicken von dem, hier von dem, ähm, von dem Wachstumskalender? Ja, da hatten wir uns noch darüber unterhalten, dass es bei euch auch so ein Problem wäre dann mit, ähm, mit den kurzen Erntefenstern. Aber die sind ja genauso lang, die sind halt jetzt nur besser verteilt. Dank dir. Ähm, Agrakis, moin, ähm, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, wann du es kaputt fährst. Äh, das kann auch wiederum Robert eigentlich ganz gut erklären, wobei, wir haben ja jetzt am Handy wahrscheinlich mit dem Text nicht so, äh, es gibt Wachstumsstufen, wo du es runterfahren kannst, wo du im Prinzip wie im echten Getreide auch es, äh, zu Zwiewuchs sozusagen, ja, dann runterfährst, ne, und das kommt dann halt auch später noch nach. Es kann halt sein, dass es dann in der zweiten oder dritten Wachstumsphase, dass es das schafft, das wieder aufzuholen. Ja, genau, ähm, Alex, wenn es, wenn es halt richtig verregnet ist, dann hast du halt echt Pech, ne? Brauchst du eine FK? Jo. Wird es auch eine Terralife-Karte vom englischen Ableger geben? Nö. 90% der Fälle kommt es nach, okay. Ähm, wir haben keine, keine englischen Karten. Wie gesagt, ich habe mich deutlichst von Partnern getrennt, für die, ähm, Partnerschaften One-Way-Street war. Ähm, auch wenn das, wenn, wenn einer davon ein sehr namhafter und auch DLC-Karten machender, äh, Modder ist, äh, der von uns auch die Tiermodelle bekommen hat und so, ähm, läuft halt nicht, äh, dass wir immer nur geben und wir alles transparent haben und von seiner Seite aus kommt nix und wir, ne, also, äh, so, deshalb nein. Wird es so nicht geben, also nicht in diesem L.S. Eine Prise Salz. Wenn der Tee jetzt nicht, wer, der Tee triggert mich gerade. Äh, das hatte ich noch mitbekommen, dachte, du hast da vielleicht was Neues. Ne, tatsächlich gar nicht. Also, äh, wir haben, wir haben, äh, lustigerweise haben wir mit Disturb ja unseren English Ambassador und, und wir sind auch Admin bei uns im Team und, äh, ähm, ähm. Ähm, wir haben keinen englischen, kein, eigentlich keinen englischen Mapmaker mehr dabei. Äh, wollte Daniel Alphonse, ne, es ging nur, es ging nur ums Getreide, ähm, äh, ähm, Waffa, ging nur gerade ums Getreide. Redbar, moin. Ja, ohne Tee war schon vergeben, achso, okay. Wuber, guten Abend, Paul, mal was außerhalb von Terralife. Ist die Farming Agency Group auf der FarmCon vertreten? Aber ja. Äh, äh, Achim ist wieder da, ne? Ne, er war, äh, Achim ist AFK. Achim kommt, äh, Boah, jetzt lass mich, lass mich nicht lügen, aber, Achim kommt, Rainer kommt, Matt kommt, Deutze kommt bestimmt auch wieder. Boah, ob Robert packt? Wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich hat wieder Koch und Restaurant. Äh, vielleicht können wir danach zu Robert noch fahren, aber, Ähm, wer jetzt genau alles da ist, kann, also ich, ich werde da sein. Aber, äh, warte mal, Moment, halt. Das müssten mehr sein, weil es ja in Bayern, das heißt, äh, eigentlich müsste Timo auch können, äh, genau, Leon, Leon, äh, müsste eigentlich auch rüberhüpfen können, äh, wer ist denn noch da oben aus der Ecke? Äh, Bambambambambam, ja klar, Ada ist ja dann auch da. Ja, Hauptsache, wir können danach bei dir noch essen kommen, Robert. Welche Karten kommen eigentlich mit Terra Life? Äh, kommt die Holzer, die Eifel, die Alpenflair, die irgendwo in Thüringen, die, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die neue Karte von MA7, die jetzt auf dem Mod-Hub ist, die Galgenberg-Vierfach und die Landersum-Vierfach. So ist der Plan. Aber erstmal kommen die Holzer, die Eifel, die Alpenflair und die irgendwo in Thüringen, weil die Thüringen ist die erste Vierfach-Karte, wo wir dann testen müssen, ob das geht. Ja, danke, dank dir. Dank dir. Und dann, wenn das halt alles durch ist, durchs Testing und wenn wir die Bugs raushaben, dann kommen dann halt, können wir dann halt noch ein paar andere Karten integrieren. Und je nachdem, wie dann Lust und Laune ist. Wenn dann halt, keine Ahnung, wenn das dann irgendwie so ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich hoffe wirklich, dass Giant 10LS noch in die Hadral ist, dann wird das alles ein bisschen, ein bisschen mehr Spaß machen. So Leute, habt ihr noch Fragen? Hier können wir euch noch irgendwas zeigen oder so. Achso, da hatte eben einer gefragt nach den Früchten. Das sind all die Früchte, die wir Sucht Disturb einen englischen Mapper? Nee, der sucht keinen, nee, 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 nee. Das war Misunderstanding. Ich sagte nur, wir haben jetzt, wir haben jetzt den English Branch und sozusagen Disturb als englischen Administrator. Ja, Ambassador und Administrator halt. Aber wir haben keinen englischen Mapper, mit dem wir zusammenarbeiten. So, das, das, also suchen tun wir nicht, nee. Agrarhof Ost GmbH. Moin. Willst du eine Einbauanleitung geben? Nee, 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 gibt keine Einbauanleitung. Nee, 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 nee. Gibt keine Einbauanleitung. Also dieses, ähm, dieses Do-It-Yourself-Update, was, was im 19er für die Horse Extension da war, was ich nicht haben wollte, was ein Engländer gemacht hat, mich um Freigabe gefragt hat, wo ich gesagt habe, überhaupt kein Problem, sage ich, aber du machst dann bitte auch den Support, was dann zwei Wochen gehalten hat und dann hat Excel das übernommen, hat das nochmal neu aufgelistet, hat das dann auch bei GitHub, glaube ich, gemacht und hat den Support gemacht. Er hat halt auch gedacht, ja super, kein Problem. Die Support-Flut, die da ist, ist halt einfach unfassbar und du triggerst damit Leute, die keine Ahnung vom Map haben, die noch nicht mal ein XML aufkriegen und dann alles von klein auf erklärt haben wollen. Dafür haben wir keine Zeit, weil wir alle unsere Kapazitäten in Bugfixing und in Feature-Weiterentwicklung und für den nächsten LS schon arbeiten sind und haben da einfach keine Zeit für. Das hat nichts mit arrogant oder sonst was zu tun, sondern es passt einfach nicht. Wir machen das alles als Hobby, wir wollen Spaß dabei haben und wenn du halt 30 mal am Tag die gleiche Frage beantworten musst und 30 mal am Tag die gleiche XML schicken musst und wieder mal erklären musst, nee, das geht einfach nicht. Dafür ist die Zeit einfach zu knapp. Ich kann so viel sagen, wir arbeiten dran, dass es auf jeden Fall im nächsten oder im übernächsten LS für euch viel einfacher sein wird, mit Terralife zu spielen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal in diesem LS ein bisschen Ellbogen zeigen und gucken, dass wir durchkommen. Kann ich sehr gut verstehen, hab auch noch nicht alles arrogant verstanden, keine Panik, war bei MP ja auch schon so. Ja, meist plus meist plus, da hab ich auch, da hab ich total ein Shitstorm gekriegt, ne? Also im 19er hieß es, boah wie kann man denn eine scheiß Mais plus ausbauen? Da hab ich gesagt, ja spiel doch einfach eine Karte ohne Mais plus. Ja, haben ja alle Karten Mais plus? Waren halt so 150 Karten, die wir geupdatet haben. Wurde mir halt vorgehalten, ich will ohne spielen. So im 22er hab ich halt gesagt, so wir machen Mais plus relativ simpel, global und machen dann alles mit Terralife. Das heißt, wir machen das einfach nur als einfaches Jahr. Dann hieß es, ja, wieso sind keine Früchte dabei? Wieso baut ihr keine Früchte ein? Wieso ist das nicht dabei und das nicht dabei? Also wie man's macht, macht man's falsch. Sehr schön, Timo, dass du auch auf der Farmcon bist. Ich freu mich drauf. Das, ich hatte es gehofft, vermutet, ist ja hoffentlich ein Katzensprung. Ähm, wie kann man das auswahl... Kann man das Auswahlgetreide auch einfach wachsen lassen? Ohne zu grubbern? Oder habe ich dann zu viel Verlust? Äh, müsste Robert nochmal beantworten. Hat er, glaube ich, eben beantwortet, was passiert über Winter. Ich wese es aber jetzt nämlich. Tickets habe ich ja schon für den Farmcon einen Steilplatz fürs Wohnenbier. Jetzt muss ich nur noch Zeit haben. Auch geil. Trinkst dann wieder ein Bananenbier? Ja, wenn ich's bekomme... Oh, trinkst du gerne Bananenweizen oder was? Ja, ja, ja. Ja, geil. Kriegst du nur in Bayern um die Ohren gehauen. Genauso wie wenn du nach einem Kölsch fragst oder nach einem Cola-Bier. Nach einem Cola-Weizen. Wie ist es aktuell mit der Performance? Ich habe die ganze Zeit hier oben die FPS-Anzeige an. Ich habe auf 60 gelockt. Deshalb kann ich auch nicht höher. Wir werden auf Hochfolgen in irgendeiner Form berücksichtigt. Ähm... Kann ich noch nichts zu sagen. Möchte ich noch nichts zu sagen. Das wäre vorgreifen auf ein paar andere Sachen, die noch nicht ganz klar sind. Das Ausfallgetreide wirkt schwarz. Ja, das liegt ja an diesem... Das liegt ja an diesem wunderschönen, tollen... Schäger. Das sieht bei dir wahrscheinlich jetzt anders aus. Fortnite, 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 yeah! Fortnite, Fortnite... Was habe ich ja gehört? Fütterung passt ja auch alles mit an. Nee, Fütterung haben wir noch nie was mitgemacht. Hä? Fütterung? Was ist das? Der Sinn in Mais Plus war ja auch nur, die Leute zu ärgern. Fütterung haben wir noch nie. Ich dachte, das wäre jetzt Maishexel und alles andere wäre egal. Ihr wisst ja, dass ich euch total lieb habe, ne? Aber ihr seid manchmal so richtig kleine Arschlöcher, ne? Ja, die Fütterung wird extrem angepasst. Der Penner, der unbedingt die Fütterung haben wollte, ne? Also moi, ne? Also ich... Hat da... Hat da bei der falschen Person bestellt und zu viele Sachen offengelassen. Ja, hat hier Pandoras Box geöffnet mit Brachimobil. Mit Brachimobil und Geschissels. Also mit Achimobil, Braven, Schissel und Bavarian Redneck und mir ist die Tierhaltung ein bisschen umfangreicher geworden. Jeder in seinem Abteil. Ich hätte es gerne ein bisschen realistischer gehabt mit der Fütterung und leider sind die dann total eskaliert. Die... Huch, ich wollte nichts schreiben. Du kannst aber nicht behaupten, dass die von dir vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht eingehalten worden sind. Nee, es hat total... Du hast gesagt, du brauchst mindestens acht Slider. Du hast gesagt, man soll sie alle sehen können. Ja, acht wäre schön, habe ich gesagt. Ja, du hast gesagt, mindestens acht. Aber dann hat der Achim gesagt, du, Slider können wir übrigens unendlich machen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, scheiße. Dann haben wir es auf 32 begrenzt, weil, 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 guckt jetzt mal auf die Slider. Wir haben bei den Kühen Muttermilch, Kälberheu, Milchleistungsfutter, Getreidemischung, Protein, Kraftfutter, Milch, Getreidemischung, Energie, Mastleistungsfutter, das Grundfutter, Alters ist, überseht das einfach mal. Also überall, wo alt dahinter steht, einfach übersehen, weil dadurch sind es jetzt noch mehr Slider. Kraftfutter, Mast, Raufutter, Kraftfutter, Saftfutter, Mineralfutter, Kälber, TMR, Kälberfutter, Milch aus Tauscher, Grundfutter, Raufutterenergie, Raufutterstruktur, Raufutterprotein. Und hier müsste eigentlich auch noch Mast, genau, Mast war hier zwischen, ähm, also, wir haben da ein paar, ne? Wir haben da ein paar. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ähm, ich habe jetzt noch heute nichts an der Fütterung gemacht. Deshalb könnte es sein, dass das, was ich zeigen möchte, jetzt nicht so ist, wie ich es zeigen möchte, aber das ist erstmal egal. Kann ich jetzt bitte die Farbe wieder wegmachen? Ich kriege nämlich Augenkrebs. Ich kriege nämlich hier de Fissemann-Tinten. Äh, achso, ne, warte, mein Deutsch kann ich es ja zeigen, weil in Deutsch habe ich es ja, in Deutsch habe ich es ja eingetragen. Ha, cool. Das ist die einfache Ration. So, das, aber ich zeige euch das mal. Das ist die einfache Ration, die kennt ihr von Mais Plus, ne? Da habt ihr hier, äh, drei Sliders, Raufutter, Grobfutter, äh, Energie und Grobfutter-Eiweiß, wo ihr 10% halt von braucht. Da könnt ihr dahinter sehen, was alles da reinkommt. Das ist relativ easy, das macht bei den Milchleistungskühen, macht das dann auch alles leider voll. Klar soweit? Im Stall könnt ihr ja sehen, wenn ihr auf die, auf die einzelnen Slider klickt, könnt ihr sehen, was da fütterbar ist. Danke Achim. Ne, das könnt ihr hier auch schon sehen, aber halt wie gesagt hier beim Futtermischer. So, und dann, dann wird es jetzt gemein. Äh, wie ging das nochmal mit Z, ne? Mit Z konnten wir die Mischung auswählen. So, dann wird es gemein, weil dann, äh, das ist jetzt Mischration für Kälber ab dem vierten Monat. Da habt ihr halt keine Nullslider mehr. Dolly, hi. Habe ich auf jeden Fall, äh, äh, da habt ihr keine Nullslider mehr. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen mehr, bisschen mehr Elan reinlegen, ne, wenn ihr das füttern wollt. Und so ist halt für jede Altersgruppe, habt ihr dann hier entsprechende Rationen, Mischungen ab dem zwölften Monat. Das habt ihr dann für, für die Milchkühe, das habt ihr auch für die Masttiere. Aber der Vorteil ist halt, mit den, mit den Mischrationen macht ihr dann halt immer alle benötigten Slider voll, die ihr dann braucht. So, jetzt mache ich erstmal hinfahren und direkt, ey, das ist ja, mache ich nicht. Ich will kein Fortnite spielen. Andreas Skripzia, guten Abend. Äh, bei den Animationen sind es auch, wö, 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 wat? Welche mit fünffacher? ne, die wedeln von links nach rechts schnell, weil da fliegen sind, also dieses das Wedeln mit dem einmal links, rechts und dann auspendeln, das kenne ich aber aus der Natur das ist so richtig was er nicht gemacht hat, ist, dass der Schweif nicht ganz bis auf den Körper rüberschlägt von Chris Alien gerade ich hab das von Redneck gelesen gerade ja wir Landwirte denken da nicht so drüber nach, für uns ist es ein Schwanz Entschuldigung Entschuldigung das ist, wir sind Börte Christian, moin was du schon wieder dran denkst da muss ich mir glatt mal einen Schluck schwarzen Kaffee nehmen so ja guck bei der schwarzen ja das ist aber auch nur weil der das hier dann, da guck mal guck mal guck mal jetzt leuchte ich der siehst du das geht genauso wobei er hat recht er hat recht ne der erste der erste Schlenker geht was langsamer und der zweite geht was schneller ne ne hat er doch nicht recht passt schon was war noch mal in dem was war noch mal im letzten im letzten hatten wir die Fersen und die Kühe ne hier ist die Vacue man kennt halt auch, dass die kleiner sind als die anderen das finde ich halt so total cool und bei den ja leg dich einfach aufs Euter ist klar man erkennt halt den Unterschied zwischen Ferse und Kuh ne vom Euter her auch halt auch vom Körperbau finde ich halt total klasse gemacht von ich weiß nicht äh wo ist Schüssel ja Schüssel ja moin wir wurden gefragt ob ERS mit Terralife zusammenläuft da haben wir gesagt ne das wird totgeschaltet totgeschaltet so ein Scheiß wollen wir nicht ne hast du hast du hast du hast du hast du gemacht ne wollen wir nicht das stimmt die ganzen Feature sind einfach in Terralife mit drin und wir haben auch eben davon gesprochen von der Muttermilch von der Biestmilch aber ähm Mais Plus wird auch totgeschaltet also es ist nicht nur ERS ne also nicht dass ihr aber dafür funktionieren die äh Extended Pastures wunderbar mit mit Terralife zusammen wir haben ja wie immer hab ich immer noch nicht drauf auf dem Server tut mir sehr leid müssen wir noch drauf packen wo ist eigentlich die ZP abgeblieben keine Ahnung ist der auf irgendeinem Trecker-Trek oder so was wird hier alles totgeschaltet alles alles Mais Plus die Animal Food Edition von Mais Plus Enhanced Animal System war mal alles kaputt war mal alles tot soll man den Autoload auch abschalten das braucht doch eh kein Mensch du bist doch der Erste der dann anfängt zu heulen ich könnte das für mich ich bin da flexibel genau du sollst neben Terralife keine anderen Götter Mods haben ne ist halt ich meine ist halt praktisch das ist wie mit dem Grazing und more more Husbandries und so ist halt ist halt ziemlich praktisch wenn halt die Modder von den Mods im Team sind und wenn wir halt jeder hat halt seine eigenen privaten Mods neben Mais Plus und so weiter und so fort aber Terralife Plus ist halt jetzt ein echtes Farming Agency Team Projekt wo halt auch jeder was beisteuert würde mich nicht wundern wenn wir am Ende noch irgendeinen Autoload mit in Terralife drin haben der der keine Ahnung besonders die einzelnen kleinen Ballen oder sowas lädt keine Ahnung ne also das ist alles nicht unmöglich ach ich wollte euch hier auch nochmal gezeigt haben so ein bisschen vom Gras her fällt mir gerade so ein was ihr so malen könnt wo man dann so ein bisschen die Übergänge hat ne dass man es halt so schön aneinander malen kann oder halt hier das Vorgartengras die kurze Wiese und so Sachen die ihr dann halt einfach so ein bisschen malen könnt dass ihr dann noch Unterschiede habt und wenn ihr das mäht da wird halt auch ganz normal Gras Windschut raus das heißt da habt ihr also keine Probleme wenn das irgendwo malt um Bäume rum oder so ne das ehemalige Mido hier so Leute Fragen Fragen habt ihr noch Fragen Jumai muss der Bananensaft hinter das Weizen neu ja muss er muss er ich mag ja ich mag ja ich mag ja hier das Bullenkalb ne ja danke ich wollte den Zipfel zeigen meine Herren was sind die alle so fümschig ja guck mal jetzt die nächste will ich den Zipfels hier Zipfel ich weiß was du bei denen magst was denn die sind noch nicht im Schlachtalter lass es sein das ist schön Kalbsleberwurst hier oh diese Glubschaugen äh zu wann ist Terralife geplant habe ich noch nicht gewusst äh ja genau äh geplant ist äh zur vor Farmcon äh oh genau die Frage die Frage Löwenwurzli die nach den Pferden ob wir mit den Pferden was gemacht haben die ist eben untergegangen die wurde eben gefragt äh ich glaube ja ja aber ich weiß nicht welche Rassen wir haben ich weiß auch nicht und will es auch gar nicht jetzt erfragen und will es auch jetzt gar nicht zeigen weil ich bin ja äh also ich bin ja ähm Kalbblut äh Arbeitspferde Fan und ähm ich weiß nicht ob wir DisneyLS oder nächsten LS erst aber ähm also weil diesen LS sind erstmal die Rindviecher eigentlich Priorität gewesen ne und so Teamfindung und so ne und äh Skillsets Building und so weiter ähm ja schauen wir mal schauen wir mal ich glaube dann auch mit Holzrücken ja klar muss Achim noch einen Rückschein machen Schweine kommen nicht doch Schweine haben wir auch worum geht es gerade sorry über AFK äh ne du brauchst das jetzt nicht 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 zu bestätigen oder Pferde braucht kein Mensch hey paar Subter in der Eifel Opiupas äh es ging es ging um 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 Pferde äh ich äh hab äh gesagt wegen Pferderassen weiß ich nicht was du gemacht hast was du machen okay genau ne und ich sagte ich bin ja gerne so äh Kaltblut ähm Arbeitstier äh Mensch und ich weiß nicht mehr ob diesen LS oder nächsten LS aber ich lass mich einfach überraschen was da an den Pferden kommt weil ähm du warst ja auch eine ganze Weile noch ein bisschen krankenhausmäßig belastet und so und ähm machen wir erstmal das fertig was wir haben und dann schauen wir mal is it possible to make grass yield less äh after each cut to make grass making more realistic ähm with the new growing system you will have äh äh quite different yields anyways ähm blub 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 because you have now äh instead of 12 months 12 times growing you have 48 growing stages now per year but the growing is quite different ähm the grow times are different I mean you can see it in 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 this overview it's just one green bar but um we made it every grass type is growing differently um to to the maximum yield and some is not reaching it after the second or the third cut so we try to make it a little bit more realistic as far as it's possible with the engine at the moment tim jd wann wird die iphone map vorgestellt ja keine ahnung wenn sergeant bilko irgendwie äh ja wir haben jetzt erst noch ein paar tage äh haben wir äh äh fehler gesucht ähm und dann festgestellt dass es an der AFA lag und ähm das ist halt ziemlich scheiße weil äh das äh hat uns jetzt so ein paar tage gekostet dzp da bist du endlich wir haben schon gedacht du wärst vom john deer überfahren worden oder so eigentlich war gedacht heute Abend also ich hatte gedacht dass wir heute Abend vielleicht auf der Eifel auf bilkos server äh schon spielen multiplayer wir das streamen können er dir so ein bisschen die map vorstellen kann und so ähm aber ähm ja vielleicht nächste woche dann schauen wir mal wir haben noch nichts produziert was dzp hätte klippen können ne Skandal Skandal um Rosi Skandal um Uwe du saß auf dem Hirsch auwei Frunzi ja servus so was habt ihr jetzt noch für Fragen Leute Fragen Fragen über Fragen nicht verzagen oder was wollt ihr noch mal sehen ach guck was wir schon zeigen wollen wolle 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 von glücklichen Schafen Moment haben wir auch zumindest zwei die Suffolk und die Merino aber das hier ist ja auch ne das ist ja Liebe ne die deutsche Edelziege die sind so lieb die sind so lieb die sind so lieb und da seht ihr auch der jüngere der jüngere Bock hat kleinere und auch einen kürzeren Bart hat wann habt ihr geplant von der Holzer zu streamen kommt die finale Version raus klar kommt die finale Version raus hast du schon die Frage wegen der Fruchtfolge beantwortet ja die Frage wegen der Fruchtfolge habe ich insoweit beantwortet dass ich die schon dreimal heute Abend beantwortet habe ich will da jetzt nichts vorgreifen weil wir gewisse Feature noch nicht haben und ich weiß nicht ob wir Fruchtfolge berücksichtigen oder nicht berücksichtigen werden weil wir noch ein paar andere Dinge erstmal klären müssen wird es eine Einbauanleitung geben nein weil das wirst du nicht einbauen können sollen ist das Graufie eigentlich noch drin welches Graufie wie sieht es mit der Fütterung von den Rindern aus wenn kein Mais Plus mehr kompatibel ist habe ich gerade eben tatsächlich kurz zusammengefasst Terralife hat sein eigenes System was halt viel umfangreicher ist als das von Mais Plus also Mais Plus hat 90 Zeilen in der XML Terralife Plus wird ungefähr 4000 Zeilen haben für alle Tiere wird es Futtermischung auch bei allen Tieren geben ja bedingt bedingt also mit dem Futtermischer nicht aber Mischung schon also gemischtes Futter was ja aber aber nicht mit dem fahrbaren Futtermischer wobei ist auch nicht ganz richtig es könnte sein vielleicht doch kann ich so nicht also lasst mich mal noch lasst mich mal noch zwei drei Wochen in die Fütterung rein wie gesagt ich bin ja jetzt erst gerade seit anderthalb Wochen wieder da und ein halbes Jahr gar nicht in die Fütterung reingeguckt und die Fütterung vorher noch nicht fertig gehabt und wir hatten jetzt gerade erst Probleme mit der Fütterung lasst uns da noch ein bisschen Zeit also wir werden also einen Fütterungstream werden wir auf jeden Fall machen und euch das zeigen was dann de facto geht es ist im Moment ja grundsätzlich möglich ja aber wir müssen erstmal ein paar andere Sachen noch noch machen Funzi Dankeschön für deinen Resub für deinen Prime Resub du bist mein Held heute Abend kommst spät und haust einfach mal einen Prime Sub raus werden solche Mods wie Manual Attached oder Interactive Control sich mit Terralive vertragen wenn die keine Blödsinn machen schon also Manual Attached beziehungsweise WopStar Creative Mesh und so sind halt Freunde und Partner also das heißt wir sind sehr daran interessiert dass Pumps & Hoses Straw Harvest Manual Attached GPS Proceed dass solche Sachen damit laufen weil wir selber damit ja auch spielen ja also da werden wir uns nicht selber ins Knie schießen und in der Regel kann man da halt auch mal mit den Leuten reden und dann funktioniert das eigentlich auch Problem ist halt nur wenn der der am meisten labert ich dann halt ein halbes Jahr nicht da ist dann wird nicht viel miteinander gelabert also müssen aber grundsätzlich denke ich wie wie Braven schon sagte also wir sind halt sehr darauf aus dass möglichst viele Sachen kompatibel sind natürlich nicht die Sachen wo Leute einfach bei uns Skripte rausgeklaut haben die Credits gelöscht haben und dann ne sowas nein aber klar hab ich vor das geile System entwickelt ey könnt ihr deine Tiere individuell füttern ey hör mir mein Mod mein Mod ey Leute ja könnt ihr auf dieser Website runterladen ihr könnt zwei Euro überweisen oder ihr könnt auch mehr also wurde die Stoppelzerstörung beim Überfahren auch nochmal bearbeitet beziehungsweise überarbeitet wie meinst du das Alex also die die Fruchtzerstörung 2.0 die die Leute jetzt angeblich im 22er haben ist nicht Fruchtzerstörung 2.0 weil die war von uns im 19er und da gehört ein Skript dazu und das ist jetzt was die Leute haben ist so rein xml und jetzt haben wir wieder ein Skript dabei diese Stoppelzerstörung mit Bodenverdichtung und dem ganzen Kram ist halt alles nochmal eine andere Sache das zeigen wir euch auch später nochmal ausführlicher wenn dann die 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 COMPACTION mit der Bias would it even be possible to make a script that changes the fruit types when the crop is harvested so you would for example have a grass fruit type for each cut and each yield differently sorry I know this is German stream but I missed the English no problem I have to read it again would it even be possible to make a script that changes the fruit type when the crop is each year differently do you mean that you sow under for example barley grass and when you harvested the barley you can mow the grass is it that what you mean can you can the potatoes what I know if you are ready on the surprise 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 yeah gucken wir einfach mal wir sind ja hier wir sind ja total flexibel total flexibel wir machen hier einfach jetzt hier mal machen wir jetzt hier mal aber sowas von hier also moment mal die hype train die kriegen doch immer einen hype train voll was ist denn los heute ich kriege auch noch nicht mal die 5000 follower auf youtube voll ey wird hier gar nichts mehr released ey you're not worthy you will not get it do the chopper wo ist denn jetzt die kartoffel half a tritical dinkle rock and sorg here is the mess liga sige sige warte warte frue kartoffeln frue kartoffeln oh ich habe eine fehler gemacht muss ich den hintergrund entfernen dann könnt ihr sehen frue kartoffeln jetzt ist hier aber ich weiß nicht ob das easy def das packt weil wir komplett andere wachstums dinge haben also das ist jetzt hier die frage ist warum kommt sowas nicht von giants direkt weil die geld verdienen müssen weil die sich nicht mit mi 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 rumschlagen können dass es nur 20 prozent der community spielen und kaufen können wollen weil das hauptbrot ist halt nur mal mit den konsolen und da sind wir halt noch nicht ist ganz muss mal gerade gucken ob das hier alles so wahrscheinlich ist hier Wachstum auch wieder 12 oder 11 oder 12 oder so ne oder so ich hab keine Ah einmal oh gehen wir mal einmal raus damit ihr mal was sehen könnt das Problem ist hier da sind halt einfach so viele Wachstumsstufen Wachstumsstufen das ist das ist das ist die Blüte die Blüte von die Blüte von den Kartoffeln wie gesagt ich anderthalb Wochen erst wieder da das hier schon das sind unsere plattgefahrenen Kartoffeln das sind die erntereifen Kartoffeln Kraut entfernen genau Kraut entfernen verdorrt verfault da 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 ist fort nein eins zu weit Schitte nicht abgeerntet das wollte ich ja das sieht doch schön aus Maisstroh haben wir drin ja Uwe hier du hast das rad auf dem feld gemacht auch wo die tierstelle sind ja ich hab das auf allem gemacht ja ja das ist aber nicht schlimm das kann man ja wieder umsetzen ich hab das auf allem gemacht es ging mir jetzt drum es sind jetzt 64 Felder geupdatet worden und ich hab null Dinger in der FPS gehabt also null Einbrüche in der FPS oder so kannst ja hinten kannst die Felder ja schon mal wieder beisetzen wie gesagt ich hab's halt extra mal auf alle Felder gemacht hier ähm aber war gerade eine andere Frage Maisstro genau Maisstro 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 zeige ich dir jetzt gerade erstmal nur mal kurz hier wir haben wir haben auch Maisstro Silage ne also dass man das auch für die BGA silieren kann ich hab's deinen Rechner schon explodieren sehen nee nee das ist das ist äh GPS hey nee das ist halt ne weil da kam mir die Frage auch von wegen der Performance und so gibt's Soja Stroh nein ähm hatte ich gestern ich glaube gestern kam auch die Frage nach dem nach dem nach dem Stroh wir haben ja momentan noch das Problem dass wir auf den auf den Patch von Giants warten ähm das ist so wir haben 127 High Types brauchten wir im 19er jetzt im 22er brauchen wir 256 High Types es ist aber engine seitig limitiert das heißt wir können zwar 256 einstellen aber die engine sagt halt einfach ich sehe was ihr da wollt aber fuck you geht nicht das heißt das muss dieses Limit nicht also Giants muss nicht für uns die High Types erhöhen Giants muss nur diese Blockade rausnehmen diese Limit Break und dann haben wir halt ein bisschen Luft und dann könnten wir halt auch noch Soja Stroh machen oder Raps Stroh oder so was das ist relativ schnell gemacht musst halt noch ein paar Ballen dazu machen BGO wird es freuen Braven hat gestern schon gesagt Geh die mal im Arsch vorbei von daher wir haben ja schon 700 oder 800 Bail Types also da kommst dann auch nicht mehr drauf hast da Grün Schnitt gelesen hast Landwirt 0815 du kommst hier rein und liest direkt Grün Schnitt was ist denn los was ist denn los hast jetzt nicht alle Felder auf Gras gesetzt nein ich hab nur die Kühe wieder ins Gras gelassen sowas die haben mir leid getan die armen Kühe weißt wie traurig das aussah die hier in so abgeernteten kaputten Kartoffelack gestanden nicht oh BGO freut das freut das total noch zwei zusätzliche Strohsorten der wird sich richtig freuen glaubt ihr wie schnell der von von Norddeutschland hier ist und mir den Hals umdreht moin welche Mischration gibt es und welche Auswirkungen hat es dann noch die Milchproduktion falls die Frage schon beantwortet worden ist tut es mir leid nee kein Problem ähm beauty christian schlaf schön danke schön dass du da warst ähm die Mischration kommt halt drauf an welche Slider die füllen und wenn du halt eine Ration nimmst die halt nicht alle benötigten Slider wie zum Beispiel hier bei der Holstein Kuh ähm die braucht halt die eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf die braucht diese elf Slider und wenn du halt was fütterst was dann Slider nicht voll macht dann hast was du halt was du halt jetzt kürtet ach ist ja noch da ne dann lässt die dann lässt die Produktivität oder die Gesundheit nach wie war das noch mal wie war das System jetzt beides beides also das System ist auch anders deshalb kann ich da überhaupt nichts zu sagen ich hab da noch gar nicht gespielt Achim hat mir das schon zehn mal erklärt aber ich hab das auch schon elf mal wieder vergessen also die Prozentzahlen dahinter ergeben zusammengesetzt 100 weil das ist die gesamt aktuelle Versorgung mit der Versorgung steigt die Gesundheit wenn die Gesundheit wenn die Versorgung über 75 Prozent liegt so und damit steigt auch die Produktivität die Produktivität steigt allerdings schneller als die Gesundheit sinkt langsamer als die Gesundheit also wie die die Sachen rauf und runter bewegen da hat sich im Verhältnis zum Standardspiel nichts geändert man muss halt nur mehr unterschiedliche Dinge flüttern und dann gibt es noch weiß ich nicht ob ich das jetzt sagen darf ja ja gibt es noch Bonus Möglichkeiten also so bestimmte Futter Mittel wenn man die gibt sorgen dafür dass auch wenn die Produktivität nur 100% ist dass man einen Bonus bekommt auf die Milchleistung oder oder auf Mast und wichtig dabei ist dass das nicht ist hey ich gebe das heute mal rein und habe den Bonus sondern ihr müsst das über einen gewissen Zeitraum auch füttern das heißt ihr müsst das konstant füttern damit ihr diesen Bonus auch habt und genau also ist nicht einfach so Zückerchen rein hey sondern ihr müsst das wirklich konstant machen ihr müsst dabei bleiben so wie im wahren Leben auch ihr müsst die Gesundheit und die Sonderfütterchen halt schön brav die Supplements wie man so schön sagt müsst ihr schön gleichmäßig füttern und dann habt ihr halt bekommt ihr halt noch mehr dann habt ihr halt besonders Lila Kuh welche Früchte sind verbaut das ist relativ schnell erklärt Sommerweizen Winterweizen Sommergerste Wintergerste Hafer Trittikale Dinkel Winterroggen Sorghum Hürse als Körnerfrucht Körnermais Silage Mais Silage Sorghum Wickroggen Frühkartoffeln Stärke Kartoffeln bzw. Industrie Pommes Kartoffeln die sind etwas größer Zuckerrüben Futterrüben Karotten Futterkarotten Zwiebeln Rote Beete Pestinake Sonnenblume Raps Leinsamen Sojabohnen Weiße Lupine Luzerne Klee 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 Normales Kras Wiesengras Pferdegras Feldgras Kräutergras Weidegras Landschaftsgras Straßenrandgras Obst Wiesengras Rasenöl Rettich Senf Dann kommt die Nektar und Deckung Warm Season Cool Season Mais Pro TR Beta Max TR Enfix Solar Rigol Miscantus Pappel Wenn es denn dann so weit passt Ähm Kannst du Mais schon mal zeigen Ich hätte einfach Ich hätte einfach alle vier Slider durch durch geklickt und hätte gesagt Hier Kannst du lesen Timo Schönen Feierabend Kannst du die Zwiebel mal zeigen Ich weiß War Dinkel dabei Dinkel war dabei Hammer Hammer Hada 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 Ich glaube ich spiele mit 48 Wochen Ja du kannst ja gar nicht anders spielen Du kannst ja nicht anders spielen Weil wir haben ja Wochen Lavendel Lavendel Tritical ist auch dabei Lavendel kommt in eine ausgesuchte Map mit dem Mohn glaube ich zusammen Das wird fertig sein sobald ich die Holzer entholzt habe Pöpes Was hat es denn jetzt damit auf sich Warte mal Was hat es denn eben nochmal Wo bist du denn nochmal dazu gekommen Mist Jetzt habe ich das wieder vergessen Ich glaube er meine dass er passend dazu gekommen ist und jetzt alle Früchte mitbekommen hat Er ist reingekommen und hat eine Frage gestellt und ich habe gesagt bist ja genau passend reingekommen ich weiß aber nicht mehr was er gefragt hatte Grünschnitt Ah genau Grünschnitt ja genau Ich weiß Ich habe doch Ich wollte doch so politisch korrekt subtil sagen zu einem späteren Zeitpunkt gibt es dazu eine Information Ich glaube der Land von 0 nach 15 hat jetzt zum zweiten mal gefragt im Stream auch schon mal gefragt oder es war jemand anders der auch wegen Grünschnitt gefragt hat Grünschnitt hatte ich schon mal erklärt im 19er tatsächlich und wir müssen jetzt mal gucken wie wir es jetzt im Terra Live machen steht noch nicht so ganz fest sag ich sag ich da zu dem Grünschnitt noch nichts kriegt ihr auch noch später mit also wenn es aktuell wird dann kriegt ihr es mit das Holz auf der Holzer gehört mir das Holz auf der Holzer gehört mir Achim die Eifel kann die Eifel roden jetzt war ihr kommt einfach auf die Rennebü oder so könnt ihr auf der 16-fach Karte könnt ihr von rechts nach links oder in die Mitte zusammen euch entgegenholzen bis der Holzwurm kommt ihr beiden Holzwürmer wollte gerade fragen wie es mit Mohn aussieht ja der Mohn der ist ja für also wir haben ja also es gibt ja so sehr Team oder schon familiär anhaftende Fremdteam Mitglieder Kastor und Floy und der Floy wollte ja unbedingt den Mohn haben und der Achim wollte unbedingt den Lavendel haben und da Kastor keine Wahl hat muss es dann auf die Thüringer oder so Sechslinder Paumhaus Servus du meinst ein Teil deiner Antwort könnte die Bevölkerung ja so in etwa genau nee es ist halt einfach so wir haben es wir haben es halt grundsätzlich Grünschnitt ist halt Zeug was du was du in den in Kompost fahren kannst so und kann ich dir auch das Gras müsste ja noch hier stehen glaube ich irgendwo wo war das das hast du alles weg gemacht nee hier das auf den Wiesen auf den Wegen hier wir haben ja ein extra Lawngrass wir haben ja extra Gras was du in den Vorgärten also was die Mepper in den Vorgärten malen und was dann weil das mich schon immer so angekotzt hat dass überall dieses hohe Gras steht ja es sieht halt einfach so unnatürlich aus saß dann Neubauhaus und dann steht dann drei viertel Meter hohes Gras so und hier das Gras ist halt das kannst du mähen das hat auch zwei Wachstumsstufen das wird aber nicht so hoch das ist halt so dieses normale Landschaftsvorgarten keine Ahnung was Gras ihr könnt das am besten sehen so das ist halt nicht hoch und wenn man das halt mäht dann kriegst du halt den Grünschnitt und du wirfst es dir in die Biotonne oder schmeißt es auf den Kompost oder kannst es halt zur Kompostierungsanlage bringen und kriegst dann dafür Kohle oder so oder es gibt halt so wie im 19er die Schneemissionen bei Seasons kriegst du dann irgendwelche Rasenmäemissionen oder so das war halt so gedacht aber da ist halt die Frage ob wir das überhaupt noch hinkriegen weil Missionssystem ist ja eh ein bisschen verkackt und ja müssen wir mal gucken und Grünschnitter sollen dann halt auch wir haben ja auch mähbare Büsche und so ein Kram kann man den Rasen als Rollersen ja das wäre es noch ey hör mir auf hör mir auf das wäre ja wer macht wer macht die Animation wer macht bei uns im Team die Animation ich bin gerade vom technischen Punkt am überlegen du müsstest ja im Prinzip dann den in der Erntemaschine quasi einen Flug integrieren um dann die Frucht komplett zu löschen weil wenn du ja die Grasnahme wegnimmst ist ja quasi nichts mehr da ja ja das ist wie wenn du nicht flügst oder wie wenn du nicht grob hast halt abschälst nein 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 einfach nur nein mich würde mal interessieren was sagt ihr eigentlich so diesen ganzen Projekt ihr macht mal ein Ding oder eher Donner da habt ihr was von gespannt wie das umgesetzt wird ähm ja also damals schon im 19er gab es vom vom Lars mal das schönste Kompliment was man überhaupt zu kriegen kann von ihm der sagte halt die Jungs vom Alien Paul die sind halt total insane mehr kann ich dazu nicht sagen also ich kann schon sagen dass Giants schon mitbekommt was wir machen das ist auf jeden Fall so weil sonst könnte man halt auch nicht so gut mit denen kommunizieren und mit Problemen zu ihnen kommen und so habt ihr bei den Früchten auch verschiedene Züchtungen äh wir haben ja nur 64 Früchte also die sind ja die Fruchterhöhung kam ja auch wegen Bagging from us ähm und die 64 boah ich hab grad gerade ich den LS ausgemacht alter Falter äh und die wir haben ja wir haben ja keine 64 Früchte sondern das sind ja glaube ich immer 15 ne das sind dann 30 45 46 46 47 48 49 50 wir haben 51 Früchte und die die 14 oder 13 anderen wachsenden Früchte ähm die brauchen wir halt für für andere ähm Wachstumsstufen Hilfswachstumsstufen und sowas alles ähm so und wo willst du hin wo gehst du hin äh damit wir können nicht mehr Früchte einbauen das heißt wenn du jetzt äh wenn du jetzt dann auch noch verschiedene Sorten einbauen würdest äh wäre überhaupt kein Problem also unser Partner DSV hat jede Menge äh verschiedene Getreidesorten und so weiter ne also das ist jetzt nicht das Problem dass man hier dass man hier dann äh einen Sortennamen drauf packt ne das also das das wäre nicht das Problem wir könnten auch 300 Früchte machen ähm allerdings steigen dann einige Leute äh komplett aus weil die Leute die die Texturen machen müssen ähm wenn du wenn du berechnest dass du so pro 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 Pflanze ja das war mal das waren mal 43 Texturen aber das passt schon gar nicht mehr weil weil wir auch die ganzen Paletten und den ganzen Kram und die Ballen und was nicht alles dazu kommt das sind so viele Texturen äh wann will das jemand machen der normal arbeiten geht oder vielleicht sogar in Schicht arbeiten geht und so das ist ja das ist also also Björn steigt dann aus und unser lieber Lila Kuh das ist nicht so einfach wie man manchmal meint weil das hat was mit Rechten Lizenzen und Ähnlichem zu tun du kannst nicht einfach Community Inhalte in ein Spiel packen und dafür Geld verlangen war das jetzt nur eine Frage von ihm die Frage mit dem und warum nimmt Giants nie die tollen Sachen die Modder machen ins Basisspiel war das die einzige Frage gerade von ihm oder kam da noch was ne das war die einzige ne das war gerade die einzige ja also es ist ja es ist ja so dass Giants ja schon Sachen auch aus der Community sozusagen übernimmt ne ich meine oder sich davon inspirieren lässt also wenn man das Global Company sieht jetzt mit den Produktionen und dem ganzen Kram das Seasons sieht ich glaube ich glaube Gras oder Ballen machen war früher ein Mod das gab es gar nicht im LS also da ist schon was was dabei ne also Giants macht das schon was nur die haben halt ihr müsst halt bedenken die haben halt ganz andere ähm ganz andere Zeitfenster ja die sind jetzt sind die schon am nächsten oder übernächsten LS dran und wir können halt jetzt was machen jetzt releasen ähm und dann ähm ne ja genau Palms and Hoses aber es ist ja nicht von es ist nicht von Giants das ist ja äh ist ja von Creative Mesh äh Rainer Dankeschön für den Re-Sub im vierten Monat schon nein im ersten fortlaufenden Monat hey ach das ist der von Rainer denn ist so ganz blau bei mir angezeigt äh 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 hab ich irgendwas überlesen äh ach so steht ja oben Gebest hat es ja auch geschrieben genau Gebest hatte eine Frage zum Saatgut ob die Säcke beschriftet sind und so weiter die Säcke beschriftet ja ob auf den Säcken auch wirklich äh immer draufsteht was drin ist und ähnliches und ne das wäre ja blöd dann müssten wir dann müssten wir ja für alle oh scheiße wo hab ich das denn jetzt gespawnt wo haben wir denn die letzten Sachen gekauft äh ich dachte das wäre hier gewesen hat jemand den Shop verlegt nicht nicht bewusst ach hier hinten beim Futtermischer also dann müsste man dann müsste man ja dann müsste man ja zum Beispiel bei Sommergerste Sommergerste auf den Sack schreiben kann den Sudden Dealer Scheiben einer wegbannen das ist ein was das ist hier so ein Scam Ding äh Viewer kaufen und sowas bist du kein Mod ach im Mod nö ah irgendeiner hat weggemoddet dankeschön danke Björn ähm dann müsste dann müsste man ja hier dann müsste man ja hier für alles dann müsste man ja für alles äh unterschiedliche äh Säcke und Paletten machen und und hier weißt du das ist ja boah das geht ja gar nicht hier das klingt nach Arbeit oh oh ich werde platt gefahren also dann müsste man dann müsste man ja dann müsste man ja für für die Country äh für die Feldgrasmischung müsste man ja eine eigene Palette machen oder für Winter Triticale müsste man eine eigene Palette machen oder für das geht ja gar nicht ach Mist jetzt haben wir den einen den einen Mod nicht aktiviert äh Superstärkest äh ne 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 den den ähm den Heid the good stuff ne den F1 Menü äh Dingens kriegen was hast du jetzt gemacht hast du mir den Sack geklaut nein ich hab das Problem dass ich die Superstärke bei mir nicht dekativiert krieg also ne kennt ihr ja auch hier so die Säcke von den Paletten nehmen und dann können dann auch wieder zurücklegen was natürlich technisch leider nicht anders umsetzbar ist dass beim letzten Sack wenn man die Palette wieder voll macht dass die dann natürlich auch wieder gepackt ist äh äh habt ihr noch Kontakt zur Ruhe Landwirtschaft wollt ihr ja nicht auch was dazu machen ja klar äh Landwirt 0815 ähm das Problem ist halt dass ich halt ein halbes Jahr ausgefallen bin gesundheitlich und privat und da ich nun mal der Team Leader wie auch immer du es bezeichnen willst äh und äh Mensch dafür bin ähm ist das halt alles ein bisschen blöd gewesen und da ich dann halt ähm vor ein paar Wochen äh sprichwörtlich drum gekämpft habe nicht zu verrecken ähm war das halt alles nicht so weißt du da war halt LS einfach nicht wichtig Gesundheit überleben und Privatleben ging da einfach vor und äh äh deshalb also Ruhe rennt nicht weg und wir rennen nicht weg ähm wir haben ja wir haben ja sehr viel und ausführlich gesprochen also das ist nicht das Problem wir sind ja nicht auf der Flucht also wir machen ja auch keine Schnellschüsse oder so ähm TerraLife ist ja auch ein ähm ein langfristiges Projekt gerade hier die Frage wegen den wegen den Saatgütern bei Rüben Zuckerrüben sind äh Pellets pelletiert Futterrüben ne die sind in Dosen richtig in Kartons Max äh MX Climb äh wie sieht das eigentlich aus wenn man Mais erst im letzten Monat wo geht legt und dann auch äh hat er dann noch weniger Ertrag weil er quasi nicht seinen Wachstum zu erreicht ich meine ja ich meine ja könnt ihr einzeln kaufen ne könnt ihr auch sogar ein Bigback kaufen allerdings ich möchte mal gerne wissen wer diesen scheiß Multibuy hier gemacht hat ey das ist alles viel zu viel Ordnung ja alles viel zu viel Ordnung ey ich glaub das ja nicht Ordnung alles für den Dackel alles für den Hund Hund muss ja auch bedenken du kannst ja nicht nur eine Palette kaufen ja ja das ist ja es gibt ja große Landwirte wie war das eigentlich jetzt haben wir das jetzt eigentlich drin oder haben wir das nicht drin jetzt bin ich jetzt bin ich gerade jetzt muss ich das gerade selber mal ausprobieren ich bin ja mal gespannt ich bin ja mal gespannt ihr hattet ja so ein bisschen Zeit ne doch warum kannst du das jetzt nehmen und ich jetzt wieder nicht ah jetzt kann ich auch nehmen ah nein ey die Ballen kann man auch einzeln runternehmen ich glaub es ja nicht ich glaub es ja nicht einzeln auflösbare Paletten wie kann man sowas nur machen ich weiß nicht ob der als wir das gezeigt haben auf der OSK irgendwie so gefühlt ne Stunde lang irgendwie keiner reagiert überhaupt nichts mitbekommen das ist das ist so ne so ein kleines so ein kleines Feature was sich jeder irgendwie gewünscht hat und keiner gemacht hat weil da hieß es halt das geht nicht und so und dann ja schüsselt so hold my beer Robert möchte dass du den Futterkopf zeigst ja die B's wieder ne die Bulls und die Bravens ey ihr seid doch bescheuert ey meine genau Bachi mobil ich erzähl dir nachher mal privat wie denn mein Geburtsname ist dann wirst du es verstehen Bastian Bernd Baul es geht sich eher um den Nachnamen das war jetzt auch mehr Spaß ne war jetzt auch nur Spaß was meintest du das jetzt hier nein Deukerfutter achso äh Leon ey weißt du genau wie wie Max ihr zwei ne links rechts Backpfeife wenn ihr kompromittierende Fragen vom Team gestellt werden da könnte ich ja da flippe ich ja ne hier ihr zwei was was äh was solltest du was soll ich jetzt hier zeigen kauf mal eine große Palette die ganz große ja kauf mal die große Palette also ihr könnt auch eine große Palette kaufen ihr könnt aber auch zwei große Paletten oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht kaufen braucht aber kein Mensch weil so viel Hühnerfutter nein wer hat denn diese HKL Silos boah wer war das noch bestimmt dieser Kastor der ja nie die Streams zuguckt könnt ihr endlich mal sehen wie es in real schön aussieht gibt es ja gar nicht diese Möglichkeiten hier das ja es ist ja das ist das ist das 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 ja die Silos funktionieren dann auch wie Paletten wenn die leer sind verschwinden die der Deuker holt die dann ab wieder das das ist das ja wie du schon festgestellt hast wir hatten fünf Monate hat uns keiner gezügelt Bundeswehr Hubschrauber und 747 sind noch in der Mache wobei mir gerade einfällt wäre es nicht toll wenn man auf dem Feld steht es ist kein Saatgut mehr da dass man sich das einfach abwerfen lässt nein nein die Sandsäcke waren bei der Flut die müssen nicht jetzt auch noch mit Saatgut auf die Felder geworfen werden ich kenne dann schon wieder einen der dann mit dem Hubschrauber zielen will dass er dann den Farmer killt oder so ja wenn die Saatmaschine trifft dann muss das reparieren ja aber so viel hier zum Thema Ordnung ist das halbe Leben hier also ihr habt jetzt hier total aufgeräumte Menüs und alles und es ist einfach furchtbar es ist alles und wenn ich mich jetzt recht entsinne wenn ich mich jetzt recht entsinne gehen wir mal gehen wir mal hier ins Baumenü äh war das bei Tools oder war das bei Dekoration oder war das bei sonst oder war das nein warte mal wir haben bei Dekoration ein eigenes Reiterchen mit Schildern weil da die ganzen Schilder drin sind Entschuldigung nein total geil weil dann halt bei Dekoration man nicht mehr durch die 280 Millionen Dekos durch und so ich das das erste Mal gesehen fand ich halt total geil total geil da steht dann halt auch schön drauf ne hier was das ist und so du musst die mal platzieren die sehen noch besser aus ja überlappt mit anderem und hast den nicht gesehen hier muss hier der Händler Bereich will er nicht muss hier drüber auf der Acker gehen da auf der Acker auf der Kartoffelacker da kannst du hier direkt so plopp wo war das denn jetzt da war das Schild oh ist auch noch eine Kartoffel Gründüngung wie 10 Euro Sucher weißt du was wir für Personalkosten haben musst du doch am besten wissen hier außerdem ist das Bio Holz und Bio Lack damit man weiß was man angesehen hat ja genau das ist halt so ein kleines Gimmick kommt halt ein bisschen aus der auch aus der Saatgutvermehrung oder so oder halt dass du wenn du verschiedene Sorten nebeneinander stehen hast dass man halt sehen kann welche Sorten das ist dafür sind die dinge eigentlich da und ich fand das halt eine ganz coole idee und björn hat das halt im 19er hat das dann schon umgesetzt hat mir die Schilderchen gemacht das hatten wir beim nicht 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 diesen LS weil das Raster genau und zweisprachig also Deutsch und Englisch sind die Schilder das Problem ist halt einfach in diesem LS hast du das Raster ist halt zu breit und du kannst es dann ja du könntest global pauschal eine Textur machen die du halt drunter machst aber dann ist sie nie passend dann hast du einen der schlitzt auf 50 Zentimeter einen der schlitzt auf 75 Zentimeter oder einer schlitzt noch enger du hast es halt nie passend und das ist halt einfach zu meh also lieber ich hatte schon gesagt im nächsten LS wird das Thema Striptill Striptill und auch das Schlitzen und so wird halt echt ein Thema werden diesen LS passt das noch nicht rein Heiko Dankeschön für dein Sub im siebten Monat schon nein im fünften fortlaufenden Monat aber schon für sieben Monate beschrieben subscribed wurde bei uns gemacht auf einem Kartoffelacker die haben Saaten für Nützlinge am Vorgewende gepflanzt habe ich zuvor nie gesehen ja als ich Gerste um die Kartoffeln rum gesät habe hier im LS haben auch viele gesagt kenne ich nicht habe ich noch nicht gesehen gibt es bei uns nicht oder so wir haben ja auch noch großes vor mit den Blühstreifen also hier mit dem ich male das jetzt einfach nur mal gerade weil das müsste das hier sein der ist cool season warm season Nektar deckung hier mit dem noch mal größer n m so wenn jetzt hier wenn jetzt hier Blühstreifen rund um den Acker machst dann soll das ja auch noch die Bienchen und den Ertragsbonus und so weiter so ähnlich wie bei den Kühen der Ertragsbonus dazu kommt soll das euch auch noch was bringen und das ist was was Alex halt da gerade schrieb das ist halt das was du im Real Life diese 6 Meter normalerweise hast oder ich glaube es sind glaube ich noch 6 Meter ich weiß nicht ob sich da schon wieder was geändert hat was wir für Pläne für den nächsten LS Teil haben weniger Spoilern im Vorfeld das ist der größte Plan weil kann halt übelst nach hinten losgehen solange man nur als Hobby Verein arbeitet geht das aber war trotzdem nicht so schön kamen ein paar blöde Sprüche warum es Weihnachten nicht geklappt hat und so wie was man sich einfallen lassen würde Privatleben zu haben oder es sind doch 25 Leute im Team das kann doch nicht sein wenn einer ausfällt dass dann auf einmal alles stockt wo ich gesagt habe ja Teamlead heißt halt ein Team zu leiten und wenn Teamlead nicht da ist dann geht es halt meistens nicht und so war es dann halt auch was mich noch interessiert wie sieht es denn die NPK Düngung aus also gibt es wieder nur einen Dünger oder viele verschiedene gibt es eine Dünge Verbrauchs Ermittlungen wo was gebraucht wird zweite Frage verbaut hier eine Ackerschlag Kartei also NPK ist bei uns in der Planung fest drin wie gesagt wir hängen im Moment ein bisschen mit dem mit dem Soil Compaction mit dem englischen Branch das NPK muss da ja mit rein weil wir es ja auch für die Zwischenfrüchte und alles brauchen inwieweit das Schlagkartei oder Anbauplan Fruchtfolge und so weiter kann ich so noch nichts zu sagen weil das wäre vorgreifen und das wäre dann wieder wo ich dann nachher nur zurückrödern müsste oder so ich weiß es halt noch nicht kann ich euch so direkt noch nicht noch nicht sagen so vernichtet man ein komplettes Safe kann ich also kann ich noch nicht kann ich noch nicht noch nicht genau sagen die Säcke fliegen tief vor allem stehen hier die Säcke in der Gegend rum vor allem aus der Gegend die nicht stiegen bleiben wollen das ist die auf Menschen deswegen dem Schwerpunkt glaube ich war das irgendwas rein oder sagt er so was wegen dem mit den Collies ist das halt ein bisschen komisch Braven randaliert ja Braven immer sei doch mal nett zu deinen Mitspielern Fenty auf deine Frage ob ich deinen Schreibtisch übrigens gesehen habe deinen Rasen auf dem Schreibtisch deinen komischen Teppich da wann kriegst denn endlich mal einen großen Monitor hast einen Fent hast zwei Anhänger hast einen Container hast 28 Dinger aber so ein kleines Monitorchen nur da gehören 42 Zoll vor die Augen dein Cockpit da so Leute habt ihr noch Fragen habt ihr noch irgendwelche sinnvollen Fragen oder irgendwelche blöden Fragen und ich hoffe wenn ich nachher auf YouTube gucke wenn das hochgeladen wird dass wir morgen endlich die 5000 erreicht haben das wäre mal schön die VDO ist auf 5000 also ich das lässt sich die Collie jetzt wenn die Säcke aber auch wieder ordentlich auf die Palette ja genau ich habe sogar die Schrinkfolie wieder drum gemacht hat er ordentlich gemacht hat er hat er wann plant er ein Holzer Stream circa wenn die Holzer fertig ist und Terra Life auf der Eifel getestet ist wir müssen Terra Life auf der Eifel Map erstmal im Multiplayer testen und wenn wir das soweit haben dann werden wir das in die Holzer reinpacken ist es möglich eure früchte in Produktionen einzubauen also es gibt ja eh nur einen Produktions Mod und der heißt Revamp und der Typ der den Revamp macht der sitzt da vorne gerade mit Mühner Futter am Hantieren ich denke da wird es wohl kaum Probleme geben ob man unsere früchte in Produktionen einbauen kann was soll man denn mit dem ganzen solchen Produktionen was willst du überhaupt mit Produktionen so ein Scheiß und jetzt guckt es euch an ja klar wir haben an den Eifelern Experimente getestet ihr seid halt einfach robuster fangen nicht direkt an zu weinen wie die Schwaben oder so was wird bei Precision Farming angefasst alles wir injecten unseren Kram quasi in Precision Farming es war die Frage ob wir den Kram von Precision Farming selber neu machen und unser eigenes System machen das fand Giants nicht so toll und dann haben wir gesagt okay dann machen wir das so dass wir unseren Kram rein injecten und machen das nach den nach den vorgaben von Precision Farming oder nach den Vorlagen von Precision Farming also dass man wenn man Precision Farming versteht das andere auch verstehen sollte zum Beispiel Stärke Kartoffeln zu Pommes ja ja klar wie gesagt hier Onkel Revamp ist hier ist hier mit dem Team wenn er nicht andere Sachen macht das müssen wir unbedingt noch hier das müssen wir unbedingt noch also ach so dann die andere Sache da wir keine Dependency auf das Premium Add-on machen können dürfen sollen gibt bei uns die Pastinaken und die Rote Beete auch ohne Premium DLC ist das jetzt so braucht auch die Ernte nicht wir liefern auch die Ernte mit aber natürlich wird empfohlen das Premium DLC natürlich mit dem Promocode Alien Alien Pau zu kaufen damit ihr auch die schönen Maschinen habt ist ja ganz klar weil das macht natürlich viel mehr Spaß mit der Gemüsetechnik hier zu arbeiten mit der Gemüsetechnik als die andere die ich euch jetzt nicht zeigen werde Max Max ey Watt 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 noch mehr Fragen aus dem Team Ich Ich bin Ich bin gespannt Ich denke bei auf die ganze die ganze Zeit hat einer bei Landers verschrieben bei der Plan IT Erweiterung für Pumps & Hoses zum Beispiel muss das auch entfernt werden wo Unkraut wo Unkraut wächst oder bleibt es bei dem alten System Das ist eine gute Frage Das Unkraut System das könnt jetzt Nightlook und Bull könnten das eher beantworten weil die haben das Unkraut System so angefasst so total komplett also da kann ich jetzt auch gar nicht so in die Details gehen weil wir also und überhaupt die Frage zum Unkraut würde ich am liebsten dann beantworten wenn wir wissen das ist das fertige System so geht es zum Mod Hub weil bei dem ganzen weil bei dem ganzen Kram gehört halt auch der Branch dazu genau eben das kommt eh nur fleckig durch precision farming aber durch den durch den englischen Branch durch soil compaction durch NPK und durch den ganzen Kram kommt noch so viel dazu was noch so viel beeinflusst was noch so viel berücksichtigt werden muss kann ich das andere deshalb wäre das jetzt einfach ja ich kann jetzt was sagen aber bestimmt keine Ahnung deshalb wie war das nochmal es gibt kein Unkraut sondern Ackerbegleitkraut es gibt ja auch keine Unkosten es gibt nur Kosten es gibt unmögliche Kosten aber keine Unkosten du bist jetzt 48 Minuten über deine Zeit ich bin jetzt hier raus wir fahren ins Wochenende macht's gut Chris hau rein wieso bin ich über meine Zeit achso ja weil es Freitag und ich habe heute zwei Karten Kaffee getrunken und irgendwie habe ich extra um acht gemacht weil Nightclub eigentlich noch kommen wollen sollte aber der hat seine Kinder nicht getötet gekriegt ich meine ruhig gestellt gekriegt und kein Ding und heute ist ja eh Question and Answer also heute ist Frage und Antwort heute ist ja sowieso jetzt kein Themenstream in dem Sinne wie jetzt die letzten waren wo es halt so ein bisschen kurz und knackiger sein soll im Übrigen auch noch Entschuldigung für gestern habe ich mich mal eben in der Uhr vertan habe ich um 20 nach 8 gesagt so schon über zwei Stunden gestreamt und ich wollte nur zwei und habe ganz vergessen dass ich nach deutscher Zeit um sieben angefangen habe nach UK Zeit um 6 angefangen habe also 20 nach 8 eigentlich erst eine Stunde und 20 Minuten war aber passt ja war ja gut friert Senf im Winter ab ich glaube das wurde schon mal gesagt oder muss Robert beantworten ich denke glaube ja ich finde es gut so kann ich auch mal wieder im Stream dabei sein ja unter der Woche ist halt blöd und irgendwie meine Zeit ist halt auch irgendwie eine andere und je fitter ich wieder werde umso mehr verschiebt sich die Zeit auch wieder was natürlich total doof ist dass ich nicht mehr rauche also das fehlt mir extremst im Moment am PC sitzen und dabei flüppeln Tobias Wario wo habe ich dich überlesen wo habe ich dich überlesen wo habe ich dich lösen moin Paul zum Thema Ausfallgetreide was ich eben in YouTube gesehen habe habe ich mal eine Frage kannst du den nicht auch mit Striegel anregen hat das Robert nicht beantwortet nee hat er nicht oh dachte ich hätte Robert beantwortet doch müsste normalerweise auch mit dem Striegel gehen weil der Striegel ja auch flach arbeitet boah was war das jetzt nochmal hier für eine Stoppel hier dünns Rad was will wieder nachdem ist wieder da ja oder haben wir das noch nicht haben wir das noch nicht Hammer 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 und Zang Zang Hammer aber wo ist der Hammer das ist hier der grün an Striegel der funktioniert am Acker nicht oder doch gucken wir einfach mal ich kann schon gar nicht mehr hier so paar mal total krumm dran der kann das 굿 das machte mark des des d Warte, habe ich jetzt gemacht? Ah, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich kaputt gemacht. Warum kann ich denn jetzt den Shop hier nicht mehr hinsetzen? Alt, Shift, S. Ja, ging gerade nicht. Jetzt geht es wieder. Ging gerade nicht. Was für eine Hacke, ey. Was für eine Hacke. Striggle. Kaufstriegel. Kaufst du Striegel, hast du Striegel. Kaufst du keine Striegel, hast du keine Striegel. Ist das so ungewohnt? Bin schon so lange nicht mehr, ich habe auch glaube ich nicht die Farm Einstellung und ich sitze viel zu weit vorne. Warum haben wir die Striegel nicht mit dabei? Hä? Ach, warte mal, weil, weil, ich könnte wetten, ich könnte wetten, ne, du hast doch nicht unterschieden, oder? Der Treffler war doch auch kein grüner Striegel, ne? Ja, ich hab nichts mit zu tun. Herr Achim von... Ich hab lediglich aus allen Striegeln den Roller ausgebaut. Genau. Also, es gibt, ne, also ein Striegel verhält sich nicht mehr wie ein Roller. Ich hab ein bisschen Strohstoffe in Striegeln. Ich hab die gerade Frage, warum sollte man das tun? Ja, weil du damit auch eine flache Bodenbearbeitung eigentlich machst und damit das... Dafür haben wir noch ein Gruber. Ne, ne, das Stroh Striegel ist... Ne, geht nicht. Da antwortet der jetzt, nachdem ich drei Striegel kaufe, weißt du? Ja, du hättest ihn doch nicht. Ja, meine Güte, ey. Da muss ich auch erst mal verstehen, was du vorhast. Der Stroh Striegeln, die Frage beantworten. Das war gerade sehr verwirrend. Was war verwirrend? Wo bist du denn jetzt? Wieder da. Nee, aber irgendwo hast du dein Mikrofon verschluckt, oder? Du sitzt mit dem Po drauf. Hm. Jetzt wirst du nicht mehr dumm. Gerade warst du... Gerade warst du extremst leise. Es waren da gerade noch Essensreste im Mikrofon. Essensreste im Mikrofon. Jetzt wird es eklig. Ich frage lieber nicht, wo du gerade das Mikrofon hier hingesteckt hast. Ich weiß es nicht. Ne, aber du hattest doch da die ganze Zeit gerade versucht, den wie einen Mulcher zu benutzen. Nö. So. Das ist doch Bestriegel. Der mulcht ja nicht. Ja, er ist ja auch ein Striegel, kein Mulcher. Genau. Ja. Also wolltest du das Unkraut rausstriegeln, oder wie? Nein, es ging darum, um das Ausfallgetreide anzuregen. Normalerweise kannst du mit dem Striegel, machst du halt eine ganz feine, leichte Bodenbewegung. Und nicht nur, dass du das Stroh glatt ziehst, sondern damit bedeckst du auch ein klein bisschen das Ausfallgetreide. Ja, in echt schon, aber ob das im Spiel jetzt geht, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass es jetzt nicht geht. Ja. Ne, Giants hat es ja so gemacht, dass sie es eigentlich noch gekoppelt haben mit dem Mulchen. Wenn du mit diesem Strohstiegel von Horsch fährst, dann sieht es ja aus wie Mulchen. War das von Horsch, der? Ja, aber es ist halt kein richtiges Strohstiegel. Es ist halt eigentlich noch das Mulchen. Alter, ich packe jetzt hier keinen 200 PS Striegel. Ne, der ist ja gar nicht unter den Striegeln, der ist ja unter den Mulchern. Der da ist für Unkraut. Das ist ein Weedar sozusagen. Ah, genau, jetzt noch der Strohstriegel. Genau, warum wohl steht der unter Mulchen? Ja, jetzt weiß ich das auch. Ey, da hast du hier vier halbwegs intelligente Leute im Voice, ey, und AI rettet einen wieder nicht, ey. Ich glaube es ja nicht. Noch nicht mal Siri springt rein und sagt, hello. Jetzt wollen wir mal gucken, was der jetzt für ein Bild macht. Im Zweifelsfall, du Achim, wir haben da noch ein Problem. Wir haben keine Stufen mehr. Nee, wir haben aber, glaube ich, auch nicht beim Mulcher, dass dann Ausfallgetreide kommt, ne? Auflaufgetreide. Oder? Wenn du es... Ich weiß nicht, bei was das kommt. Ich habe die Stufen nicht eingestellt. So, wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh... Das wäre, das wäre jetzt, bräuchten wir eigentlich auch noch Auflaufgetreide. Auflaufgetreide? Auflauf, genau. Eigentlich beim Mulcher müsste das dann auch kommen. Wenn der Braven jetzt... Wenn der Braven jetzt mit seinem Mulcher... Anders kann man, dass du wieder nichts gegessen hast. Ich muss noch was essen. Dass du schon wieder bei Auflaufgetreide bist. Ja, ja, ich, äh... Ausfallgetreide. Aber es heißt auch Auflaufgetreide. Also wird beides genannt, gesagt. Schlaf mit mir. Heut Nacht. Ich hab dir etwas mitgebracht. Also ein Hüngerchen habe ich schon. Also... Wusstet ja nicht. Kurzer Schlaf. Nochmal schlafen. Wie aktuell kann ich geschlafen werden. Willst du mich verschlafen, äh, veräppeln? Ich dachte, das ist Sleep Any, Every und überhaupt sehr. Sleep Anywhere ist nur, dass du überall schlafen kannst. Nicht zu jeder Zeit. Ja, warte, mach mal jetzt. Wir schlafen jetzt wieder. Auf der Farmkorn Nudelholz. Von hinten. Von hinten auf den Frontallappen. Nee, kommt nix. Kommt kein Unkraut und kommt kein... Wir sind ja auch... Nee, Moment. Ich muss ja... Kommt kein Unkraut. Hier bei dir ist es gekommen. Wo du hast tiefgegrubbert. Ist gekummt. Also wäre das vielleicht gegebenenfalls... Was hat man noch hier... Das Strohstriegel und der Mulcher. Also der Mulcher noch irgendwie... Oder das Strohstriegel besonders. Aber dann... Wenn der als Mulcher läuft, ist der ja keine eigene... Ach, ist das wieder kompliziert. Robert sagt, noch länger schlafen. Hä? Nee, das hat doch eben... Das hat doch hinter dem... Hinter dem Tiefgruber... Wir haben einmal jetzt... Wir hatten einmal geschlafen und da war hinter dem Tiefgruber schon... Äh... Unkraut. Hier. Das hat er vor einmal... Nach einmal schlafen. Hier ist nix. Nix. Hier könnte nix. FamaAlf. Moin. Habt ihr überlegt, ob ihr ein Feature verbauen würdet... Was zum Beispiel Haspel am Drescher verstopft... Oder zu feuchtes Getreide mit Schäden am Druschsystem? Nee. Nein. Für zu feuchtes Getreide brauchst du erstmal ein vernünftiges Feuchtesystem. Das heißt, irgendwas hinfuschen... Das kriegen wir beim Modellächer nicht durch. Genau, das geht nicht durch den Eichersiff. Da keine Chance. Das Problem wäre auch, dass... Das... Spiel... Bei Fieldtypes... Nicht die Möglichkeit gibt, da noch weitere Werte hinzuzufügen derzeit. Da musste man komplettes... Komplette weitere Systeme schreiben. So, und dann musst du dafür wieder auf 40 andere Feature verzichten, weil dann hat das dann wieder so... Ja, 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 ich hab da eben noch nicht dran gedacht. Rainer, ich hunger. Bringt ja ein Feuchtigkeitsmessgerät mit. Wenn wir keine Feuchtigkeit mitbringen, bringen wir auch kein Feuchtigkeitsmessgerät mit. Weil das mit Sicherheit ein Feature ist, was diesen LS nicht mehr kommt. Nicht in dem Maße. Aber das ist halt auch wieder etwas, was erstmal... Äh, wenn wir das, äh... The English Branch... Wenn wir The English Branch durchhaben, dann gucken wir mal. Also wenn Sol Compaction, NPK und so weiter, dann schauen wir mal weiter. Dafür kommt was anderes, was total cool ist. Was, äh, irgendwie gestern, vorgestern... Äh... Brainiac. Das... Das ist auf der Version schon aktiv. Es ist sogar ungewollt schon passiert. Ja, aber... Wir wollten es nicht zeigen. Es ist fast gut. Kein Problem, dann kann man ja auf jeden Fall... Ich lasse die mal verschwinden. Noch irgendwelche sinnvollen, äh, Fragen, weil jetzt haben wir halb... Wir haben halb elf, ich muss noch was essen. Auf jeden Fall. Und wir sind ja schon zweieinhalb Stunden dran. Wenn keine weiteren Fragen sind, soweit, ne, dann, äh... Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie ein Raiden können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dann fürs Zuschauen, fürs Supporten, fürs Subscriben. Und ich hoffe, dass ihr bitte auf YouTube mal, äh, den Kanal auf 5, äh, Abonnenten bringt. Ähm, vielleicht gibt's dann noch was Nettes. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier mal irgendwen zum Raiden finden. Irgendjemanden netten zum Raiden. Oh, soll ich online gehen? Äh, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich überhaupt einen... Aber ich hab, ich bin auf Kanal Raiden gegangen. Das war natürlich jetzt super sinnvoll. Ich sag dir jemanden netten. Ich wusste, dass das jetzt kam, ich wusste es. Es ist klar, dass heute, dass heute der nicht nette Virtual Farmer streamt, wo gestern Englisch streamt war. Und ich ihn gestern nicht raiden konnte, weil er gestern meinte nicht zu... LPG Ostharz, liebe, liebe LPG Ostharz, wenn bei euch nur Abonnenten kommentieren können, müsst ihr euch nicht wundern, dass wenn wir mit 300 Leuten raiden, dass dann keine neuen Follower oder Hallos kommen. Weil wenn, ne, das ist schon so frustrierend, dass man nicht schreiben kann. Ich hab mich richtig geärgert, dass ich euch geradet habe. Also, also, falls jemand, der da auch zuguckt, hier zuguckt, können wir mal so weitergeben, ist nicht okay. Deshalb. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber der Achimator hat nach 500 Kilometern Autobahnen und so sowieso keine Lust zu streamen wollt. Wisst ihr was? Ich rede heute keinen, sondern wir gehen einfach auf. Der Jogi, welcher Jogi? Wo ist Jogi? Ist Jogi live? Ach, denn, warum... Siehst du, das ist die Scheiße mit dem Kanal-Rain. Das wurde mir nicht angezeigt. Das ist das, was ich so total zum Kotzen finde. Boah. Das, mit dem neuen Raid-System, wie kann ich denn jetzt hier... Warte mal, das müssen wir nochmal machen. Seid so lieb und bleibt bei mir. Ich muss das jetzt hier mal gerade korrigieren. So. Warum wird der mir nicht angezeigt? Wie schreibt sich der Kanal von Jogi genau richtig? Nee, das hat nichts mit ihm, sondern hat Twitch hat was umgestellt. Der Jogi unterstrich live. Twitch hat was umgestellt mit dem Rain. Das war vorher sonst wunderschön. Dann habe ich oben nur... Da ist er doch. So, den gehen wir ins Rain. Gab es oben nur die Strichliste und jetzt gibt es das halt nicht mehr. Also lasst ein bisschen Liebe von Paul da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und für alles. Wir gehen jetzt darüber. Haut's rein. Ab dafür. Raiden wir, raiden wir, raiden wir, raiden wir, raiden wir. Noch nicht. Was ist die Original-Folge? Jetzt aber. Wo wird alles zuよし? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. ikes.